so denn wir spielen heute gut company sprich bestellen produkte her schau wo ist das doch mal ist ein bisschen laut ich kann es aber noch nicht hier runter ich stelle es gleich noch mal im spiel ein profil erstellen wie wollen wir denn mal heißen schlagt mal was vor in dem fall kitty schlagt immer was für aber man kann hier so einen hintergrund auswählen und dazu noch ein symbol also wir stellen alles mögliche an produkten her so cyberwolf könnt ihr so gut gar nicht so schlecht aussehen also mit doppel oben ach da kann man kann das alles anfangen ja alles färben ist ja cool der hintergrund dass das bürchen bestimmt das ist schön die die schwarze vorschläge das sieht ja auch cool aus dieser fisch also den todmusch wie gesagt ich drehe immer noch ein Stückchen runter mach den mal so passen wir gleich im spiel an wenn wir dazu kommen weil hier gibt es ja keine optionsmöglichkeit da könnte man auch sagen wir sind hier gerade dabei warum bist du tot kitty wir sind gerade dabei hier unser unternehmenslogo auszuwählen also wenn euch erstmal ideen zum unternehmen ausfällt ich hätte jetzt gerade vorgeschlagenen schichtsturm weil ich das hier so gesehen hat dachte ich mir so könnte gar nicht so schlecht passen kitty hat dich nicht so wenig muskelkater also als pilse geschwungen weil ich sagen muss so gefühlt mir das schon dann gucken wir mal noch im text ich glaube die lassen weiß oder schlagt jetzt mal was vor hier fällt doch nicht alleine im chat wollen wir schließlich gemeinsam spielen da passt das rote nicht im hintergrund der schließende entscheidung fürs leben worum geht es geht die sagt ich doch gerade schon wir bauen hier gerade ein unternehmen auf und müssen das logo und den firmennamen feststellen deswegen habe ich ja gerade gesagt schitzdorf zum beispiel aber braucht man vielleicht so ein windigeres bild als hintergrund gute namen sam ja das kann man ja das kann man ja auch machen aber es geht ja um das logo welche farben und so weiter und so fort ich meine so sieht das ja schon gar nicht schlecht aus schichtsturm sie oder vielleicht hier das runde logo das sieht ein bisschen weniger aus das sieht aus wie so ein foto nimm schwarz und rot ja was schwarz rot kitty den text schwarz rot oder alle möglichkeiten die uns gebieten sind ja 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 sim ja jaja die massa man könnte ja dass ich in wia dass machen schon bisschen älter ne so passt das ähnlich das klicke ich ganz gut Aber das rote passt nicht dazu. Der Text in rot passt nicht. So finde ich das gar nicht so schlimm. Oder was meint ihr? Andere Vorschläge? Kitty stimmte hinzu. Hintergrund weiß. Weil wir den Hintergrund weiß machen, kommt das doch nicht mehr zur Geltung, oder? So. Das Häufchen schwarz. Es ging auch. Stimmt. Schwarz-Weiß? Wäre auch eine Option. Ne, die Schrift rot sieht scheiße aus. Sorry, aber... Ne. Ne. Doch eher lieber weiß. Ach, erinnere ich auch noch da. Gut, wir lassen das jetzt so. Dann starten wir und muss ja dann erst mal den Ton anpassen. Shitstorm CO geht an den Start. CO für Company. So, Charaktererstellung. Also... Wie sehen wir denn aus? Na theoretisch müsste ich das machen, ne? Wenn ich euch genügen würde. Ne, wir machen so hier. So. Wo ist das? Begleiter. Begleiter ist eine kleine Glühbirne? So ein kleiner laufender Roboter. So. Ich glaube, die Glühbirne ist süß. Begleiternahme. Mhm. Ne, Holger kommt ja nicht rein. Keine Sorge. Äh, Begleiter nennen wir den. So. Wer von euch möchte es denn zu werden? Wer möchte gerne Begleiter sein? Während ihr das euch streitet, gucke ich mal nach wie ich aussehe. Einer sollte Begleiter werden. Warum kann ich denn die Farbe nicht ändern von Haaren? Ach, hier unten kommt es Haarfahre. Wehe, wieder Kitty. Ne, das war so mein Gedanke gewesen. Der wichtigste Zuschauer wird halt am meisten beachtet, ne? Komm, dann machen wir hier schon mal die Sonnenbrille. Pinke Haare. Und pink. Soll doch ich sein. Also, mehr oder weniger. Gesichtsmerkmal. Guck mal, kriegen wir noch. Pinker Schnurrbart. Ne, das ist nicht eh genau. Wenn wir, es geht um den Begleiter, den kleinen hier in der Glühbirne. Den geht das. Dann lass uns doch die Kleidungsfarbe pink machen. Und dafür mache ich dann aber einen anderen Oberkörper. Ne, dann machen wir die Haarfarbe, aber... Der Oberkörper sieht aus wie ein Fini-Fixi, aber Fini-Fixi ist viel zu selten da. Klassisch. So. So, Kopfbedeckung. Schau dir mal dieses Hinterteil an. Ja, Ausland. Schön wuchtig, ne? So. So. Äh... Wie findet ihr es? Gut? Nicht gut? Ach, Beinkleidung kann man auch noch. Und will denn die Maus heute nicht so? So. Hat das die Farbe vom... Machen wir mal mit Gürtel, ne? Ja, Kitty, da müsste ich so aussehen. Damit es passen würde. Ne, aber so klein bin ich nun mal nicht. Und hier ist es auch an der falschen Stelle. Das ist das doch schon ganz okay. So. Jetzt... Habt ihr euch nun mal für Begleiter entschieden. Wer es nun werden soll. Da. Guck mal die Brille auf die Naale. So. Gesichtsmerkmale. Bärtchen. So. So. Oberteil gibt es noch verschiedene. Aligier, hier guck mal so mit Krawatte einfach so pink. Das ist doch okay. Faune Hose mit dem Teams-Ausweis an der Seite. Schick. Einer soll es sein. Ne, dann wird er ja weg. Dann wird es Einer. Die Frage ist, ist Einer der... der kleine Fahnde? Oder ist eher der Einer der kleine Fliegende mit der Glühbirne auf dem Kopf? Eins. Kann ich mitmachen. Warte hier so. Der Fahrende sind alle für den Fahrenden. Handschuhe? Ne, Handschuhe nicht. So. Und Schuhe brauchen wir noch. Uh, Stiefeletten. Ja. Ja. Ach. Ja. Wegen Weyer Fährt. Das ist gut, Kitty. Das ist gut. Der kleine ETSer. Da ist er. Das passt. So. Oberteile. Seid ihr damit einverstanden? Vom Aussehen? Ich brauche aber noch einen Namen. Es sieht irgendwie edel so... vornehmen aus. Wie so... Adel, so von oder so. Ähm. Ja, Rolle von. Aber das passt nicht. Das Aussehen zu einem Kackhaufen. Also das ist so wirklich... Aber okay. Maik und? Maik und? Was? Was, Kitty? Maik und? Ich brauche schon eine halbe Ewigkeit allein das hier zu erstellen. Rolle von Maik und? Von der Sehnenplatte. Rolle von der Sehnenplatte. Passt nicht. Ist zu kurz. Und was heißt das übersetzt, Kitty? Rolle de Vries. Das klingt zumindest... Siehchen. Ja gut. Er hat so eine leichte Ähnlichkeit mit so einem Franzosen. Rolle de Vries. Darum ging es auch gar nicht, Anna. Es ging darum, dass du jetzt hier dieser kleine Roboter geworden bist. Dieser Kleine. Das bist du. Nur ein Name. Ich glaub dir das nicht, Kitty. Ich glaub dir das nicht. Muss ich das noch sagen? Gefrierschrank. Rolle der Gefrierschrank? Ist das dein Erzkitty? Rolle der Gefrierschrank? Na gut, weil ich so cool bin wahrscheinlich, ne? Nur deswegen. Nur deswegen. Gut. Dann heißt man jetzt Rolle de Vries. Und da sind wir mit einem kleinen Ähner an der Seite. Da bin ich mal größer als René. Yeah. So. Bestätigen. Sind wir im Spiel. Jetzt geh ich auch mal kurz in die Einstellung. Und pass noch mal die Musik und alles an. Mal gucken. Ich bin ja doch relativ weit rund. Ah ja. Weil du hast keine Ahnung. Okay, die ist klar. So, das. Und dann hauen wir das Spiel wieder laut. So. Passt das noch? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja, so ein bisschen. Kann man ein bisschen unterkommen. So. Mal gucken. 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 Dich endlich zu treffen. Ich bin Carrie Goldfield, Unternehmensberaterin. Es ist schön, Dich wieder in der County zu haben. Ich kann selbst rumlaufen. Dachte, ich bewege bloß die Kamera. Okay. Der lokalen Wirtschaft geht. Ist furchtbar schlecht. Wir hoffen, dass du das ändern kannst. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Wo ist denn die eigentlich? Die redet mit mir, aber die ist gar nicht hier. Bevor du beginnst, denke daran, dass du alles, was wir besprechen, noch einmal durchgehen kannst. Klicke dazu auf den Fortschrittspalten. Unten. Da. Okay. Du solltest und solltest du mal nicht weiterkommen, findest du Hinweise in dem Unternehmen Handbuch. Was ist das da? Was ist das? Unternehmenshandbuch. Also los. Eine erfolgreiche Firma gut zu führen, hängt von vielen Faktoren ab. Steigen wir bei den Grundlagen ein, indem wir etwas herstellen, das wir verkaufen können. Hängt ja mit dem Teilneutner an. Gibt sich das einfacher aus. Um selbst Sachen herzustellen, musst du die benötigten Materialien in deinem Inventar haben, während du einen deinen Arbeitsplatz benutzt. Okay. Wenn da keine Materialien auf Lager sind, können sie im Mordeneingang bestellt werden. Ich habe gehört, dass der Verkauf von Knopfzellen gutes Geld einbringt. Um Modul herzustellen, benötigst du Chemikalien. Ich habe bereits eine Bestellung aufgegeben, um dir deinen Einstieg zu erleichtern. Bring die Chemikalien zum Bastlertisch und bestelle dort den Knopfzellen-Modulrezept ein. Kommt mir irgendwie bekannt von Autonauts. Warte ähnlich. Dein erstes Ziel ist es, mindestens zwei Knopfzellen herzustellen. So, was macht ihr denn hier? Sport am Morgen. Ja, das nennt man auch Frühschluss. Dann haben wir hier Wareneingang. Chemikalien. So, das nimm mal mit. Okay. Wie oft liefert der das jetzt? Wenn ich jetzt warte, liefert der wieder was? Liefert automatisch immer 40. Bastelt dich. Knopfzellen. Vier. Herstellen. Herstellen. Und da basteln wir. So, stellt mal Knopfzellen her, falls ihr das nicht wusstet. Kleiner René. Kann ich auch dabei rumlaufen? Nee, kann ich nicht. Weinstein erreicht Hobby-Schrauber. Sehr gut, siehst du den neuen Warenausgang neben deinem Garagentor? Jede Montagenmorgung holt ein Lastwagen alles ab, was du dort Platz hast und verkauft es für dich. Kumpel ich noch mal. Also dann, lass uns Geld verdienen. Als nächstes musst du mindestens zwei Knopfzellen in den Warenaus gelingen, damit sie verkauft werden können. Okay. Ja, kann ich... Ich hab zu viele hergestellt. So, dann haben wir das. Ach, die hab ich jetzt im Inventar. Das heißt, ich geh jetzt hier hin. Gib den Warenausgang an und sage, das da rein. Große. Liefert der weiter? Nee, da lie... Wie oft liefert der denn das? Kann ich das nicht selbst einstellen, was ich haben will? Ach, 40 oder wenn voll ist, liefert der nicht. Alles klar, das wäre cool. Vorstehen. Großartig. Ich bin so froh, dass das Bundesamt für Industrie dich angeworben hat. Fahren wir fort. Das Rezept für einfache Gehäuse ist jetzt verfügbar. Du kannst die Rezepte im Passlatig wechseln und sehen, welche Materialien benötigt werden. Denk daran, dass wir nötige Materialien im Hm zu bestellen. Der nächste Ziel ist die Herstellung von einfachen Gehäusen. Also los. Zwei Stück. Dafür brauchen wir 10. Das heißt, wenn wir... 10 Stück herwollen, stellen wollen... Könnte ich jetzt also sagen, ich hätte gern einmal 60. Mussten hier kommen. Da sind sie. Da rein. Kann ich das hier wieder reinlegen? Nein, kann ich nicht. Ich dachte, sowieso als Zwischenlager. So. Dann stellen wir den Rahmen her. Sagen, herstellen. Stellen wir gleich ein paar mehr her. Wie dödel, wer dödel, ich nicht dödel, ihr dödel. Ach, zwei soll ich herstellen, ne? Aufgabe nicht gesehen, ich bin blöd. Also alleine wird das dann schwierig, das so machen. So. Gut gemacht. Ich schätze deine Art, die Dinge direkt anzupacken. Aber wir müssen dir etwas Freiraum verschaffen, damit du dich auf andere, die dich beweisen, konzentriert hast. Hier kommt deine Belegschaft zum Spiel. Lass mich dir zeigen, wie man Aufgaben delegiert und Mitarbeiter dafür einstellt. Denk daran, dass der Arbeitsplatz, den ein Mitarbeiter nutzen soll, auf das gewünschte Rezept eingestellt werden muss. Wechsel den Logistik-Modus. Dort kannst du bestimmt bestimmen, woher Materialien genommen und wo sie hergestellten Gegenstände dann gelagert werden sollen. Logistik-Modus. Logistik-Modus. Bin ich. Ah, ne, hier. Logistik-Modus. Ah, oder? Ah, okay. Hammer. Zieh nun eine Verbindung vom Bastler-Ticht zum Warenausgang. Geht nicht, du bist im Weg. So, nochmal. Haben wir. Halt. So, kann man das nicht mal in der Übersicht sehen, wo die ganzen Wege sind? Warum haben wir draufgelegt? Okay. In dieser Verbindung werden deine hergestellten Gegenstände direkt zum Verkauf gebracht. Um deine ersten Mitarbeiter einzustellen, öffnest du das Personalfenster und wähle dort aus Gewerbern aus und klicke die Schaltwerte Einstellen. Mitarbeiter. Ne. Mitarbeiter Einstellen, da. So, was haben wir denn für Leute? Ein Dax Simon, aber die haben keine Erfahrung, also ich habe jetzt keine Erfahrung, wie gut die sind. Nein, Dax. Dann kommt dann immer... Immer die Gwen Kennedy. So, eingestellt. Wo ist er? Da ist er. Das ist die Gwen. Gwen Kennedy. Hammer. Weisen Sie da dann Ihren Basteltisch zu. Also ich kann jetzt sagen, du... Ne, halt, ich gehe hier. Ne. Ich bin noch nicht zugewiesen, oder? Mach das doch mal wieder zu. Wie kann ich denn jetzt hier die zuarbeiten? Ach, Arbeitsbereich. So. Aha. Wer hätte das gedacht? Was haben wir gesagt, was er herstellen soll? Die soll jetzt gerade die Dinger herstellen. Wie bringt die dann da hin? Ach so, kann man auch laufen. Oh, schön. Wer hätte das gedacht? Du bist jetzt offiziell ein Chef. Lass jetzt zwei Module herstellen. Mach auch noch glatt. Also sprich, eigentlich stehe ich bloß rum und schaue ihr bei der Arbeit zu. Ist das nicht toll? Nein, Kitty, hier gibt es keine Besenkammer. Hervorragend. Beginnen wir mit der Erweiterung der Produktion. Ja, du hast noch viel Platz drin. Öffnet das Ausrüstungsverstück. Du kannst nun zusätzliche Basteltische platzieren. Die Ausrüstung wird Geld kosten. Also behalte sie ihre Finanzen im Auge. So. Basteltisch. Wie drehe ich Gegensteine? So nicht. So sagen, du kannst zwei weitere Basteltäume oder einfach nicht? Ja, zwei. Wie drehe ich dann? Wie drehe ich den Basteltisch? Hier habe ich auch eine Ahnung, wie war ein Basteltisch drin? Na toll. Hinbewegen. Wie kann ich den hier wieder hochheben? Dekorationen, abweisen, verschieben. Wie hier immer Besenkammer. Ja, Kitty, da bist du zu jung wegen Besenkammer. Nein, Chef sein und rumstehen. Ist schlecht, keine Geräusche, kann jeder zuhören. So, könnt ihr mir jetzt mal sagen, wie ich das Ding hier drehen kann? Ihr wisst doch sonst auch immer alles, lieber Chad. Also, wie drehe ich das Ding? Wenn du das verschieben sagst, um Ausrüstung deiner Form zu verschieben. Ich möchte doch gerne drehen. Herstellung einrichten. Ach, das ist die Herstellung. Ne, das ist Produkte. Er, Rotate. Na, da hätte man auch selbst drauf kommen können. Wie das wieder nicht wusste denn? Guck mal, so einfach geht das. Nun, gemütlicher ist es hier jedenfalls jetzt. Fahren wir fort. Das Rezept für LED-Felder ist jetzt verfügbar. Du kannst diese Rezepte auf dem Basteltisch einstellen und sehen, welche Materialien benötigt werden. Denk dran, die benötigen, die benötigen Materialien im Zug zu bestellen. So, dann könnten wir ja theoretisch... Äh, halt, Logistik. Das ist der. Wo geht das nicht? Kann ich mal einen Waren-Eingang mit... Ach so, weil ich noch kein Rezept gewählt habe. So, gucken, ob das jetzt geht. Und hier machen wir beispielsweise das. Logistik. Das. Okay. Dann können wir sagen, wir stellen nochmal einen netten Mitarbeiter ein. David. 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 So, Arbeitsbereich ist der. Und bei dir ist der Arbeitsbereich der. Und dann stellen wir hier nochmal was her. Dann können die ja theoretisch ganz lange arbeiten. Lass zwei LED-Felder in einem deiner Bausteine herstellen. Übrigens, wenn du in deinen Mitarbeitern helfen möchtest, kannst du dir jederzeit selbst die Hände schmutzig machen. Äh, nö. Nö. Einfach nö. Ja, äh, viel Spaß eh noch beim Arbeiten. Was, ein Kitty? Großartig ist es aufträgend. Ich denke, du bist jetzt bereit für die eigentliche Sache. Die Montage von Produkten. Da brauche ich eine Betonsäge, damit wir die durchschneiden können, Kitty. Platziere einen Montagetisch und stelle auf den Taschenrechner her. Dieser Taschenrechner besteht aus den drei bereits verfügbaren Modulen. Achte darauf, dass alle Basteltische so eingestellt sind, dass sie jeweils eines der drei erforderlichen Module herstellen können. Eine M, eine M und eine M. Beachte, dass du zwei Tische direkt miteinander verbinden kannst. Die Mitarbeiter in der Herstellung können gegenseitig nur aus Lagern wie einem kleinen Lagerregal herausnehmen und wieder hineinstellen. Da berachtest du zwei Tische nicht direkt miteinander. Achso. In unserem Fall wäre es sinnvoll, die Ausgänge aller Basteltische in deinem einzigen Kleinstlagerregal zu verbinden. Verbinde die dazu Logistiken und ziehe die Verbindung. Okay. Okay, los. Kann ich kurz Pause machen? Dann kann ich doch bestimmt auch verschieben, ne? So, warte mal. Wir könnten ja erstmal, wir bauen erstmal... Basteltisch, Lagerung, einfaches kleines Lagerregal. Ach, die können von beiden Seiten anliefern, das ist ja praktisch. Man könnte dann halt hier so eine... Hier das Regal hinbauen. Ich überlege gerade, wie bauen wir es denn am besten? Vielen Dank, lieber Kollege, vielen lieben Dank. Ich weiß, dass ich das fein mache. Hier, warte mal, wir verschieben erstmal die Arbeitstiche. Das ist die Knopfzelle. Wir könnten jetzt sagen, bauen wir hier hin, dann kommen wir das... Egal, da hin und dann kommen wir zum Schluss... Ne, dann machen wir das so. Hopp. Dann bauen wir das Lagerregal... Ne, warte mal, wir gucken erstmal, dass die Montagestation... Dann bauen wir hier hin. Und das Lager... Na, da ist blöd. Dann stellen wir hier so dazwischen... Und dann... Wie entfernt ihr das wieder? Klicken für Detailansicht... Ne... Klicken und ziehen zum Verbinden... Randbreiter... Kann ich das auch... Ja, du schließt ab von außen, das ist mir klar. So, wie kann ich jetzt hier wieder das aufheben? So, warte mal... Gehe nochmal aus der Logistik raus. Hier, Calculator auswählen. Dann kann man nochmal einen Mitarbeiter einstellen. Die arbeitet an diesem Platz. So, das heißt, der... Wie kann ich den Verbindungen wieder löschen? Ja, er gibt sich Mühe, das macht er immer. Kennt mich doch. So, Verbindungen sind hier. Mhm, von Bazzler das da rein und das darüber. Dann geht das da hin und das geht hier hin. So, gleichermaßen heißt das... Ah, hier. Verstehe, okay. Dann läuft das so. Das da hin und das hier hin. Okay. Das. Ich habe jetzt die Verbindung rausgenommen. So, ne? So. Dann läuft der da hin, der hier hin. Und das. Halt. Nein. Das. Aus. Verbindung weg. Das. Hier hin. Ja. Sag mir nicht, der kann das jetzt nicht verbinden, weil das... So. Das da hin, das hier hin, da hin, da hin. Müsste das doch passen, oder? Finde ich jetzt falsch? Ich glaube, das muss doch jetzt passen, oder? Okay, die will nur aufpassen, dass die nicht wegkommt. Ja, komm, wir hin, komm. Ja, ja. Ja, ja. Ist schon okay, Kid. Ich verstehe dich schon. Ich verstehe dich schon. Achso. Gut, jetzt alle... Ach, die holt alles mit immer an. Die ist ja fleißig. Brauchen die immer dieselbe Bauzeit? Das ist die Frage. Weil wenn die schneller produzieren... Das ist jetzt ja hier nicht klar, was die für eine Bauzeit brauchen, oder? Sehe ich das? Oh. Not important here. You're just in time. This story proves the importance of motivated employees. Verkaufe mindestens einen Taschenrechner. Hat uns gerade Mr. Ponten mitgeteilt. Okay, spiel fortsetzen. Du willst also den Markt richtig aufrollen, das ist die richtige Einstellung. Deine Taschenrechner sind in Ordnung, aber da geht noch was. Ein Bauplan für einen besseren Taschenrechner wurde gerade freigeschaltet. Mal sehen, ob du 6 Taschenrechner Version 2 produzieren kannst. Ja, kann ich das vorher sehen, wie der Bauplan ist? Was ist das? Ne. Wir machen auch Plus gerade. Ah, hier haben wir die Bilanzen, okay. Im ersten Jahr. Das Firmwerkstallbruch, schön. Also es klappt. Was war jetzt das, ne? Das ist doch. Dasselbe. Ja, das Konto stand hier. Kamera auf dem Spieler, aha. Kamera. Kann man den Spielercharakter binden, also geht die nur so. Ne, die muss nicht sein. Kann frei sein. Äh. Kann ich irgendwo das Rezept dazu sehen? Kann man das da hinschieben? Kann man das da hinschieben? Kann man das da hinschieben? Und das einfach mal wieder wegbringen. Kann es ja schlecht gerade zwischenlabern. So. Mein Lager, mein Bahn Ausgang ist fast voll. Solange ich einen PC und innen bin in die Wesenkammung kommt, ist alles gut. Da kann er wenigstens streamen. Ja, ich kann euch unterhalten. Da hast du recht. Da hast du recht. So. Wo sehe ich denn jetzt? Ne, warte mal. Ich muss mal hier gucken. Calculator 2. Pausier das mal kurz. Das weiterhin. Statt der Knopfzelle bauen wir die anderen Zellen. Okay. Ist ja kein Problem. Da hat er Knopfzellen bauen wir die anderen Zellen. Und die brauchen das. Das heißt, wir brauchen... Die Teile sind dieselben, die wir lagern. Mal gucken mal, dass der das letzte Mal das herstellt. Dann müsste das ja funktionieren. Wahrscheinlich müssen wir dann hier den Wert hochziehen. Muss mal kurz gucken. Der braucht zur Herstellung 20 Teile. Okay, werden genug hergestellt. Der braucht zur... Halt, wir gucken das hier drüben. Der braucht zur Herstellung 10 davon. Werden hergestellt... Ach, wir müssen hier Metalle plus noch draufsetzen. Der braucht Chemikalien. Der braucht auch Plaster. Aber der braucht 12. Könnte aber sogar reichen. Gucken wir mal, ob das reicht. Was ist das denn nun? Prümte letzte Worte sie vor der Steuerprüfung. Wir machen ja plus. Leute. CEO minus. HHH. Macht mich nur fertig. Was fehlt denn dem? Hat er nicht genügend Materialien? Du hast doch alles. Eine Zelle, ein Ding sein das. Hast du doch. Oh. Ist irgendwas schiefgegangen? Habe ich was gelöst? So, der da hin. Der da. Was ist doch alles da? Wie schätze ich, auf gänzlich falsch? Ist doch alles drinnen. Oder hat er keinen Auftrag mehr? Hab ich die? Nö. Wer hat er denn? Du wirst das doch wohl herstellen können, oder? Ja, eine Zelle, ein Dings, ein Bums. Nicht in Reichweite. Achso, für mich nicht in Reichweite, ja. Wofür ich siehe? Das LED-Feld, Knopfzell, Gehäuse, einfaches Gehäuse. LED-Feld, einfaches Gehäuse, Knopfzell. Ist alles da. Null. Machen wir das halt selbst, ne? Dann stellen wir den jetzt einmal her. Kalt dann um auf MK2. Da gehen wir hin. So, dann gehen wir hier runter. Warum kann ich das nicht verkaufen? Ist ja komisch. Und der ist nicht verkauft. Reserviert für Logistik. Ist ja Quatsch. Und doch. Arbeitet ihr jetzt? Was findet in dem noch? Soll ich noch ein zweites Paket Plastik holen, oder so? Was findet in dem? Nämlich keinen hat er. Plastiker. Ja. Heißt aber. Bin ich jetzt ganz daneben? Jetzt scheint, der braucht noch mal eine neue Verbindung, oder was? Gucken wir, was jetzt macht. Gucken wir, was jetzt macht. Ah, deswegen. Sie ist noch so jung, da kommt noch nichts mit 90. So, jetzt müsste es aber klappen, oder? So. Jetzt müsste es aber klappen, oder? Hm. Aber das kriege ich nicht weg, irgendwie. Kann ich denn das nicht wieder da reinlegen? Lass uns hinbewegen. Ah, jetzt geht's. Okay. Haben wir wahrscheinlich ein bisschen zu viel hergestellt. Gucken wir, wenn ich das jetzt hier rausnehme. Achso, hinbewegen. Ich nehme das mal weg. Und verkaufen das mal noch. Wenn wir das gerade nicht brauchen. Okay. Machen wir ein bisschen Geld. Dann scheint das ja jetzt zu laufen. Vierer haben wir schon hergestellt. Es klappt. Ein bisschen tricky. Aber wir kriegen das hin. Kann man mit erinnern. Warte, geht nur in den Raum mit, wo ich bin. Du bist bestimmt oder sowas. Schüss, der Klinge. So einfach wie das 1x1. Ich brauche also noch einen Montagetisch. Aber die kommen ja gar nicht hinterher. Das heißt, ich brauche also zwei. Ja, Herr Tinderus, wir halten mal schön die Klappe. Wer keine Döner mitbringt, hält die Klappe. Und du weißt, was ich meine. So, ganz kurz Baumodus. Wir nehmen uns den Tisch. Nein, so nicht. Wir nehmen uns den. Zack. Drehen den rum. Wir stellen jetzt mal hier hin. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Dann bauen wir das mal. Wir bauen die mal hier hin. Und das Regal. Da hin. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Verbindung an. Der da hin. Dann können wir nochmal totalisieren. Da. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Und der da. Der da. Okay. Haben wir. Das heißt, wir bauen nochmal. Basteltisch. Kann man nochmal welche bauen. Eins. Zwei. 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 Hast du nicht. Emerald Envy. Vielen Dank für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Das heißt, wir haben die 50 Follower voll. Vielen lieben Dank. Das ist jetzt überraschend gewesen. Wir schieben das nochmal weg. Dann drehen wir den. Dann drehen wir den. Vielleicht mal so. Genau. Ah, so sieht das doch gut aus. Wer ist ein engländer Kitty? Okay. Jetzt schauen wir uns nochmal die Verknüpfung an. Okay. Dann. Halt. Ich bastel dich. Na komm her. Dann sagen wir hier stellen wir nochmal die Dinger her. Hier kommen die Dinger. 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 Hier kommen Taschenrechner 2. Und dann nochmal in den Verbindungsmodus. Nein. 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 Hier. 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 Nein. Du. Hier. Schick. Also. Mir ist doch cool. So. Jetzt brauchen wir noch Mitarbeiter. Siehst du, hast ja gleich die Leute angesprochen, Kitty. Ich hoffe, mein Größenwarm wird mich nicht bestrafen. So. Und dann müssen wir theoretisch noch, als letzte Stufe, den Warneingang bisschen erhöhen, oder? Ich würde erstmal warten, ob das ausreicht. Da kommt ja doch. Nicht jeder Engländer kann nicht. Haha. Bad internet ist charitable. I know it. I know it. I know it. But kitty like it often to chat in Englisch. So. Let's do it. So. Zwölfe pro Woche. Mal gucken, ob das jetzt schon ausreicht mit dieser Produktionsstärke. Frage ist, ist der denn hier zu voll? Hier steht keine Maximalmenge drin, oder? Yes, I do it. Yes, I do. Nicht, yes, I do it. Sorry. Okay. Ein Tierherz. Wäre die Zwölfe pro Woche, müssten wir jetzt schaffen bestimmt. Ich konnte aber nicht hier vorn noch irgendwo die Teche hochbearbeiten, äh, weiterentwickeln. Ich hab da nicht vorn irgendwas gesehen. Mal gucken, wir haben jetzt schon acht Mitarbeiter in kürzester Zeit. Und es scheint keiner irgendwie auf Produkte zu warten. Es scheint zu reichen, weil die Lieferung relativ zügig ist. Haha, yes. Kitty, I hate you. And you know it. Nein, wir reden hier weiter in Deutsch. Deiner Frechstags, du. Es funktioniert aber. Guck mal, Gehälter 3200. Ja, Profit 3,6. Okay, Material einkaufen. Ne, let's streich es haben. Insgesagt, im März gucken. Ja, gut. Ah, guck mal. Mehr Business Buzz mit Noddy Portant. Diese Firma hat sich beschäftigt, aber recentere Figuren sehen vermutlich. Level erreicht. Wir fortsetzen. Ach so, jetzt geht's bestimmt nicht weiter, ne? Das heißt, wir müssen ins nächste Level. Wie komm ich da jetzt hin? Hätte ich gleich weiter drücken müssen, oder? Marktübersicht. Okay. Rechnung. Ach, da siehst du auch, wie viel die wollen. Ah ne, das ist Marktanteil. Interessant. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Infobraser. Ah, guck mal, hier gibt's Baupläne. Kann ich mir die Baupläne vorher anschauen, oder was? Hm, praktisch. Und die ist hier die Bauzeit. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Wir gehen mal zurück zur Karte, mal gucken, ob das das ist. Ach, das zieht sich hier so lang. Alles klar. Charlie's Comeback. Was ist das? Charlies Schaltkreis Inc. wird geschlossen? Nicht, wenn wir das verhindern können. Dein Vater hat jahrzehntelang bei Charlie gearbeitet. Du kannst den Laden nicht untergehen lassen. Höchste Zeit einzuspringen und dein Können zu zeigen. Das ist das Mindeste, was wir für deinen Vater und Charlie tun können. Ob der jetzt das Gehalt gemeinsam zählt, hier darauf zu. Ähm. Ja, okay, die mehr braucht Aufmerksamkeit. Ich merke schon. Äh, generiere mindestens 8 Grundlagenforschung, verkaufe mindestens 10 Stufe 3 Module, fertige 20 Einheiten von einem beliebigen Produkt mit mindestens einem installierten Stufe 3 Module. Level starten. So. Bei Charlies Schaltkreise... Mach doch mal die Kamera weg. Bei Charlies Schaltkreise Inc. Ich wette, dein Vater hat... Ne, willkommen bei Charlies Schaltkreise Inc. Ich wette, dein Vater hat dir alle möglichen aufhängenden Geschichten über seine Arbeit hier erzählt, als du noch ein Kind warst. In der Tat. Hier zu arbeiten war ein wichtiger Teil meines Lebens. Hallo ihr beiden. Ich... Und das ist mein Vater. Ganz schön schlank. Ich musste einfach vorbeischauen. Als ich hörte, wer jetzt für diesen Ort zuständig ist. Der stolze Herr Papa. Es ist ein Vergnügen, sie hier zu haben. Ich hoffe, du konntest Charlies Schaltkreise Inc. wieder zu früheren Glanz bringen. Was zum... So ein seltsames Sockel. Was ist das? Ich kann mich nicht erinnern, so etwas zu meiner Zeit gesehen zu haben. Was ist das denn? Was ist das? Das ist ein Logistikpunkt. Das ist ein Logistikpunkt. Wir verwenden sie, um Mitarbeiter zu koordinieren, damit sie Gegenstände zwischen den verschiedenen Lagern transportieren können. Wow. Es gibt heutzutage wirklich für alles eine schicke Maschine. Nun, die Mitarbeiter sind immer noch sehr wichtig. Probieren wir es aus. Beachtet, dass diesem Logistikpunkt bereits ein Mitarbeiter zugeordnet ist. Aktiviere den Logistikpunkt und schau dir an, wie der Montagetisch verbunden ist. Äh, Montagetisch. Eckregal. Da, Montagetisch. Egal. Ach, der zack, 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 okay. Und der liefert wahrscheinlich aus dem Lager darüber. Ah. Aktiviere den Logistikpunkt. Oh je, es sieht so aus, es fehlen die Verbindungen vom Eckregal zum Cell. Im Logistikmodus kannst du auf deinen Arbeitsplatz-Wittern klicken, um es zu erweitern. Dann siehst du die Materialien, die am Arbeitsplatz geliefert werden müssen. Der kriegt auch von da, ne? Ah, der liefert da hin. Und die basteln, die drei Sachen. Ach, die, das heißt bloß, da kommen die drei Sachen rein. Okay. Aha. Ja. Klicke auf das Weichroll, um es zu erweitern und ziehe eine Verbindung vom Teilchenrechnerfeld zum Cell. Ach so. Ach so. Hammer. Hammer. Ach so, Produkte transportieren. Jetzt verstehe ich die Logistik. Gimmicks machen einen sehr praktischen Eindruck. Was ich wohl als nächstes ausdenken werde. Warten Sie ab, bis wir die Forschung in den Griff nehmen. Wow. Meinen Sie so etwas wie echte Wissenschaft? Werdet ihr ein paar eierköpfige Professoren aus einem Labor einstellen? Oh. Jetzt habe ich es weggedrückt. Ein Forschungstisch erfordert Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer Module. Neue Module bedeuten bessere Produkte. Später werden wir Möglichkeiten zur Gewinnung von Grundlagenforschung untersuchen. Für den Moment werde ich dir ein paar geben, um den Einstieg zu erleichtern. Bitte platziere jetzt ein Forschungstisch und erforsche damit ein neues Modul. Forschungstisch. 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 Forschungsbaum öffnen. Da muss man einstellen. Ah. Ich wollte nur auf einstellen und dann läuft er. Forschungsbaum öffnen. Was haben wir hier? 80% schon die neue Batterie. Dann machen wir erstmal hier die Batterie. Dann vorstelle es, oder? Was macht ihr das? Forschungstisch. Und davor starten. Ist auch nicht schnell. Also so forsche ich auch immer. So habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Haha. Und Masterarbeit. Alles subventioniertes Wachstum. Pff. Ja. Aber meine Mitarbeiter werden deswegen nicht rausgeschmissen. Die werden das Unternehmen mit unterstützen. Bei Shitstorm Company. Nein. Ah. Die können stapeln. Das ist gut. Ich habe gerade was trinken. Ganz kurz gucken. Sehe ich hier den anderen Unternehmen? Den anderen Raum oder sowas. Erstaunlich. Du wirst einen ordentlichen Wissenschaftler abgeben. Du kannst jetzt ein Stufe 2 Modul herstellen. Welches? Entschuldigung. Aber was in aller Welt bist du jetzt Stufe 2? Schon in Ordnung. Modultypen sind in deinem Technologiebaum angeordnet, der eine Stufe aufgeteilt ist. Grundsätzlich gilt, je höher die Stufe ist, desto besser sind die Module. Die Möglichkeiten sind ja heutzutage wirklich beeindruckend. Aber irgendwie finde ich, dass die Dinge früher einfacher waren. Wir haben keine Zeit für Nostalgie. Wir reiten auf der Welle des Fortschritts. Ähm. Wie auch immer. Du kannst jetzt 3 Stufe 2 Module herstellen. Yay. Stufe 3 Module herstellen. Da müssen wir auch noch mal reingucken hier in dieses. Bumm. 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 Das heißt, das wäre aber nur noch Calculator. Aber warum soll ich die herstellen? Du kannst jetzt 3 Stufe 2. Du musst bestimmt noch was erforschen, oder? Das ist doch. Mach mal noch das hölzene Gehäuse, erstmal auf Function. Wie der gute Wodka. Hier ist kein Wodka. Gibt's kein Wodka. So. Äh. Stufe 2 Module herstellen. Warum soll ich denn die herstellen, wenn ich noch gar keine, wenn ich noch nicht Calculator 2 machen kann? Macht da gar keinen Sinn. Dann mach ich's lieber anders, dass ich's sage. Ich bau mir mal noch den Bastlertisch ein hin. Dann stelle ich da hin. Modul 2. Und dann geh ich selbst hierher. Kann man bitte Metall herliefern. Was brauchen wir hier? Plastik, Chemie, Metall. Plastik, Chemie, Metall. Dankeschön. Und stellen wir das nämlich selbst her. Und dann übergeben wir erstmal das. Weiß halt noch nicht, warum ich die brauche. Genau. Aber ich muss wahrscheinlich hier zwei mehrere Mitarbeiter an so einem Forschungspunkt hinzufügen, oder? Änder schafft das gar nicht, äh, hier. Glaube. Großartig. Als nächstes kommt ein Schlüsselaspekt. Der Ingenieurkunst. Trommelwirbel bitte. Es ist die Produktentwicklung. Das sollte genau dein Fall sein. Du hast viel jetzt abgezeichnet, als du noch klein warst. Raumschiff, Roboter, das wird dir leicht führen. Ja, gezeichnet habe ich. Lese, sehe, schauen, schauen konnte sich niemanden. Es ist ein wenig kompliziert als Zeichen. Aber nach dem, was du bisher geleist hast, schaffst du das auch. Nett. Die Entwicklung eines Produktes erfordert die Auswahl von Modulen. Dieses Modul bestimmt die spezifischen Merkmalen und Nachteile dieses Produkt. Probier's aus. Platziere ein Zeichenbrett und erstelle einen Bauplan für ein neues Produkt. Wie wäre es mit einer Kombination aus Massagesessel und Fernseher? Das würde deiner Mutter gefallen. Ehrlich gesagt, so etwas hätte ich auch gern. Aber lass uns schon vorerst mit dem arbeiten, was wir haben. Versuchen mit einem neuen Produkt mindestens 1000 G zu verdienen. Okay. Wir gehen erstmal kurz hier hin. Dann. Dumm, dumm, dumm. Dann gehen wir kurz hier hin. Dann gehen wir kurz hier hin. Machen. Dumm, dumm. So. 1000 G verdienen. Mit einem neuen Produkt. Aber wo noch Calculator erst eins? Warum habe ich noch nicht Calculator 2? Was fehlt denn? Ich verstehe das nicht. Weil vorhin hatten wir doch auch den Calculator 2 bekommen, nachdem wir 1000 G mit einem neuen Produkt haben. Ach, Analyse. Ein Analyse. Ein Analyse. Dann bauen wir mal ein Analyse. So. So ein Regal kann 6 Förder machen. Das kann man alles. Okay. Okay. So. 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 Chad. Ich wusste, dass ihr euch da... Also mein doch bestimmt hier den Zeichen Punkten schickt. Entwurf anzeigen. Okay. Kann man hier selbst Produkte herstellen? Ok, dann machen wir mal neu erstellen, wählen Typ für das Produkt, Taschenrechner, machen wir mal ein hölzernes Gehäuse, weil es edel sein wird, seine Taktfrequenz bestimmen die Finger. Jetzt noch das Gehäuse hier und da. So, dann haben wir hier das LED Feld. Guck mal, zwei LED Felder. Ok, nur LED Felder? Ach ne, Strom, man kriegt natürlich richtige. Kann ich es nochmal spiegeln? Spiegeln wäre schön. Markt, ach so, hier siehst du einen Marktanreiz, wenn ich das wegnehme. Da ist der Marktanreiz weg. Guck mal, hier hat man das hölzernes Gehäuse hat man gewählt. Ah, schwere Nummer oder Büro. Hier kann es noch das Design. Man kann eigene Produkte erstellen, das ist ja mal krass. Wie nennt denn wir unseren neuen Taschenrechner? Der, ne, alles Rechner. Oder andere Vorschläge? Ihr könnt es noch nicht überlegen. Fügt Merkmal Bildqualität hinzu, fügt Merkmal Batterielaufzeit hinzu. Bildqualität ist top. Batteriequalität machen wir hier noch immer rein. Zack. Ok. Gucken, was ihr für Namensvorschläge bringt. Also marktanreiz ist gut. 700g kostet einer. Gewicht ist niedrig. Sehr niedrig. Es sei doch jetzt still. Du sollst mir nicht 700g sagen, ich möchte einen Namen für den Taschenrechner haben, René. Du weißt ja nicht, was der Umrechnungskurs zwischen G und Euro ist. Daher. Also, wie sieht es aus? Namensvorschläge? Rechenshit. Ja, wir sind ja Shitstorm. Ne, Rechenshit ist gut, weil wir sind ja... Ja, ich möchte schon irgendeine Verbindung zum Taschenrechner, weil sonst komme ich irgendwann durcheinander, was wir hier für Produkte haben. Dann ist das der Rechenshit... Machen wir 2.0, denn wir haben hier den Standardrechner und dann ist das Rechenshit 2.0. Ne? 2.0? Wir können auch... Wir können auch so machen. Rechenshit 2. Aber 2.0 finde ich eigentlich ganz cool. Ganz cool. Rechenshit 2.0. So, Entwurf abschließen. Errungenschaft gibt 5. So, das heißt, ich kann jetzt theoretisch sagen, wenn ich richtig... Genau. Jetzt habe ich hier Rechenshit. Und ich überlege nicht, dass jetzt hier... Ich habe auch zwei davon... Und einen Holzraum. Das heißt, wir müssen die komplette Produktion umstellen. Das wir dann sagen, bitte... Warte mal, wir lassen das schon laufen. Wir stellen schon mal Holz. Und dann... Achso, warte, jetzt lassen wir erst mal den Rahmen hier noch einmal bauen. Dann brauchen wir das immer aus Holz. Was braucht man noch? Wir brauchen... Holzraum. Zwei davon und zwei davon. Das heißt, wir brauchen noch... Holzraum. Das ist die Knopfzelle davon. Baustrucke der 2 dann. Metall das und das. Das müssen wir alle liefern. Dann werden hier nochmal einen zweiten Mitarbeiter brauchen. So... Und das kann dabei bleiben. So... Das nehmen wir raus. Das biegen wir hier mit rein. So, wir müssen aber wahrscheinlich Logistik nochmal neu ziehen, ne? Aber jetzt? Nee. Warum willst du nicht? Irgendwie... Ja. Achso, ich muss ja so machen und dann... Das weg. Das können wir stornieren. Das ist richtig. Das können wir stornieren. Ne? Was braucht der? Der braucht... Was braucht der? Ne? Metall und... Ungefähr ist das Schlauste immer... Alles zu stornieren. Damit müsste der jetzt Metall und Holz haben. Das ist noch ein bisschen tricky hier. Okay. Und der piepst schon wieder. Warum piepst denn der? Ach Mensch. Geh mal schnell essen, ja. Mach das. Er hat schon wieder Plastik drin. Warum hat denn der ständig Plastik drin? Was soll denn der Käse? Der braucht doch gegen Plastik. Hm. Das weg. Wir müssen wahrscheinlich immer einzeln anklicken. Das dahin, das dahin. Okay. Jetzt kommt da kein Plastik mehr hin. Okay. Laufen wir nochmal da rüber. So. Hinbewegen. Plastik rein. Nochmal hier. Der braucht Metall. Das heißt. Metall. Aber wahrscheinlich erst. Metall. Aber gibt es das nicht? So. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das geht dahin und von da aus. Ach. Das ist ja wo? Ja. Da hin. da geht er von dem gehäuse der bruder braucht es ja gerade noch nicht okay das ist echt kompliziert wenn doch mal die kamera mitfahren würde wenn man sich jetzt anschaut das einfachste wirklich gewesen komplette produktion kurz lahmlegen neue strukturieren fertig und das so machen und ganz kurz sagen ich mitarbeiter entlassen kann ich die station stilllegen da kann ich gar nichts herstellen so holz und metall müsste das jetzt fertig sein ne du hast holz und metall und du hast holz und metall kannst herstellen was ist denn los? ach mensch leute gut jetzt arbeitet sie er braucht plastik metall und chemie ach mit resten kann ich entfernen ok plastik plastik metall und chemie ok das heißt vom verbindung her müsste mal gucken ob der es jetzt er kriegt müsste klappen echt ein bisschen weit genau dasselbe noch so ein krieger dazu stellen hier noch ein mitarbeiter dazu chemie plastik metall plastik chemie metall das ist da hin ok dann stellen die das her und jetzt der hier der stellt die dinge hin weiter hat ja nichts geändert ok 3 2 also der geht da runter der geht dann musst du wahrscheinlich so machen und der liefert das das weg weg kann es nicht entfernen kann es nicht entfernen kann es nicht entfernen das quatsch ach war ja noch ungestellte ist ne der ist noch hier auf gleich ein schritt schalten wir mal um ein bisschen tricky kann ich auch sagen schieb den raum da hin ok wir schieben den raum erstmal hier hin so dann können wir mal ganz kurz ja ach so deswegen so dann also der liefert das jetzt darunter wer hat das jetzt damit drinnen das kriegt davon da geliefert ok dann gehen die motoren da runter und du kriegst das ok das ist das ok dann gehen wir mal ganz kurz mal wieder hinbewegen ja doch gar nichts dran oder hier ja was ist das ok nochmal der 2 liefert das dann dahin 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 ok und dann würde ich nochmal ganz schnell echt muss man ja nachdenken das um die rotzeile ja würde ich hier gerne nochmal video ne noch eine mitarbeiter und dazu und dann logistik ich erst das lager dahin ziehen und dann das müsstet ihr automatisch das film genau und dann 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 super dann gucken wir mal ob das so funktioniert dann bist du dann bist du du arbeitest da was jetzt so in der hand kannst du das mal fallen lassen kannst du mir das mal geben toll du hast dir noch was drauf ne dann sag ich dir geh da in arbeit doch genug da 2 da 2 da 2 1 das 2 da 2 da 1 das ist doch alles da oder hier stimmt schon wieder was nicht okay jetzt nochmal mal gucken ob das jetzt so funktioniert halt blöd wenn man den komplett eigenen produktionsstrang den einzigen die man hat umbaut ok hier komme ich direkt zum zeichenbrett und hier komme ich zur marktübersicht rechenschaft 2.0 markt am reiz ist relativ hoch also daher das potenzielle käufer potenzielle käufer der kommt mit ne woche oder was aber wir haben schon welche fertig schön geschafft hervorragende arbeit charlie wäre stolz auf dich tut arte dass mein alter chef nicht mehr da ist um das zu sehen ruhe in frieden charlie lassen sie uns über grundlagenforschung sprechen grundlagenforschung werden durch die verwendung von module auf einem analysetisch erzeugt beachte dass alle module die sie dafür verwenden bei diesem vorgang verbraucht werden im nächsten schritt platzieren sie einen analysetisch und sammeln mindestens acht grundlagenforschung von einem beliebigen modell deiner wahl wow das klingt doch einer dieser sci-fi filme die du früher so gern gesehen hast ich kann es keiner mehr warten das deine mutter zu erzählen ich bin sicher die frau wird begeistert sein und auch sie dürfen sich freuen wir sind kurz davor charlies schaltkreise wieder auf den weg zu bringen so das heißt ich hole mir ein modul das heißt ich gehe am besten hier hin im bewegen kann ich nur einen einzigen nehmen das ist der hälfte naja so geht es ne das ist der zeichentisch wo ist der analysetisch das ist der analysetisch da siehst du was was bringt wenn ich jetzt sage achten analyse zerstört aus mit woher ist okay das und das kaum machen wir analysieren unsere eigenen produkte das natürlich aber auch ein bisschen merkwürdig aber okay was soll sie sind gerade die knopfzelle kannst du erstmal das hier analysieren ach wo zerstört denn der das achte analysiert einfach so was kann man noch alleine machen da brauche ich noch keine anderen hier ist das unter dem scheinbar das kaufe mindestens 10 stufe 3 module fertige 20 einheit von einem belieben produkt mit mindestens einem installiertes produkt ok mal drüben das haus schon kaufen du machst das großartig scheinst wirklich den dreh raus zu haben und was noch wichtiger ist charlis firma hat sich nur eine offizielle wieder erholt du kannst nun grundlagenforschung nutzen um weitere forschung zu betreiben je besser ihre module ist desto besser ihre produkte und desto mehr geld kannst du damit verdienen erforschen wirst du nächstes ein beliebiges stufe 3 modul stell es her und verkauf es dann mindestens 10 stück davon ein beliebiges stufe 3 gibt hier noch eins gute und zwischenzeit nutze ich das achso ich schieße das ziel ist hier rein hier kann ich das nicht rein ziehen mehr geht nicht auch schon fertig ich habe noch kein bock mehr wie jetzt kein bock ach ich brauche mehr punkter alles klar ich brauche die grundlagenforschungspunkte damit ich das machen kann aber wie wähle ich das aus ach hier aha so verstehe jetzt hat es nicht gemacht ein bisschen kompliziert aber ich habe das ich habe den anscheinend als könnte deine produktionsarbeit effizienter sein Verstaffteile dem abheben indem du ihre laufwege verkürzt nutze mehr Rekale und Logistikarbeiter um die Arbeitsplätze in der Produktion zu versorgen Achtung es scheint ein Engpass im Batteriepack zu geben versuche die Produktion zu erhöhen ja ausblenden ok könnte natürlich sein dass der nicht genügend Metall hat ne Metallplastik hat er genug aber die kriegen gerade keine Materialien uiuiuiui ok ich kann mir maximal vorstellen dass wir hier nochmal einen mit dabei reinstellen müssen ah der kommt gar nicht ran hier oder? und mit dem Regal hier gar nicht ran bauen 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 wir das mal so hin jetzt müsste der drin sein damit ist das geklärt die Frage ist warum kriegt der nichts der hat doch genug ok ok hier werde die ganze Zeit los in der Hand halten sollst du das jetzt wieder hören? Metall ist da Plastik ist da ach leide ach leide die machen wir Sachen hier ich muss halt mal gucken muss halt mal gucken dass die richtigen Materialien mit nochmal fortbegründet sind ok dürfte das auch wieder laufen das müsste auch das Geld wieder weiter so dann machen wir einfach die ganzen Bilderrahmen sehr schön sehr schön ja stört doch die Teilchenrechner was für riesen Kartons für ein Teilchenrechner und Respekt und Respekt die Forschung arbeitet nebenbei schön ob man seine Mitarbeiter noch qualifizieren kann kann das die besser werden mal gucken wer kommt sowas hier später noch höre es mal wieder Plus jetzt läuft es wieder jaaa schon besser könnt ihr mal unsere Produkte anschauen ne das nicht ne das nicht marktanteil hm ja preis sinds ein bisschen so aber kann ich grad konnte ich irgendwie ja nicht einstellen oder so höchstpreis ist es ja bloß ne oh gut das baut jetzt mal bis der das erforscht hat der gibt der gibt schneller die Punkte aus als ich da habe so ja ja ne 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 kommt ne 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 nem ne 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 ist aber fast reichen gut ich denke das sieht gut aus brauchen wir einen punkt aus ja passt genau led erforscht wunderbar rastlottisch herrscht gestellt mit chemie tisch, chemie tisch geht schneller ok wir können hier mal ein bisserl umräumen ein bisschen platz schaffen wir bauen das mal so ok den forschungstisch bauen wir hier rüber oder nein ist ok genau wir brauchen jetzt einen modul ja nicht modul das ja nein das auch nicht eine baupläne nein led feld led matrix stelle c module her das heißt ich brauche das leiterplatten wo kriege ich leiterplatten her leiterplatten werden auch hergestellt ok das heißt ist doch viel zu klein kann ich ah kaufen na da haben wir doch was hier kann man doch drüber reden da wird wahrscheinlich wieder so ein transportpunkt sein ich drehe ne wo muss so ok dann braucht man für das led feld das ne led matrix ne led matrix die led matrix braucht ich das das heißt wir bauen nochmal ein ein tisch für die fürs feld ich brauche 1, 2, 3 tische und eine herstellung Gucken wir mal, 1, 2, 3 Tischer, Beförderung in den Torn. So, die LED-Matrix brauchen wir einmal, zweimal das Ding. Dann bauen wir hier das Ding zusammen. Okay. Jetzt wäre noch die Frage, ob wir da noch eine Endstation Produktion bauen wollen. Das wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen ans Zeichenblatt, neu erstellen, Taschenrechnung, und wieder ein hölzernes Gehäuse nehmen. Allerdings mit dem LED-Matrix-Feld. Da wird es sogar schon cool. Gucken wir mal, was das ist. Da fühlt sich der Balken hoch und so wird es sogar noch cool. Dann könnte man... Okay. Unter Batterien passt jetzt hier bestimmt nicht mehr hin, ne? Natürlich nicht. Da müssten wir mit Knopfzellen arbeiten und die passen auch nicht hin. nicht mehr hin. Das heißt, ist der Entwurf Mist? Nee. Kann ich den verwerfen? Neuer stellen. Das ist einfache Gehäuse. Wenn ich jetzt die Matrix nehme, wie sieht das mit der Batterie aus? Könnte man zum Beispiel jetzt auch so bauen. Die Frage ist, der Marktanreiz ist hoch, ist aber halt ein kleiner Taschenrechner. Willkommen zurück. Könnten auch so machen. Das ist genau dasselbe Effekt. Ja, es wird Kniffleger auf alle Fälle. Das andere Gehäuse hat mir schon besser gefallen. Mit der nochmal arbeiten, aber... Ja. Doch mal das Gehäuse nehmen. So. Wir haben jetzt zwei Strompacks über 0,4. Das kann hinzugefügt werden mit Niedrigstromversorgung. Diese Funktion ist erforderlich. Der Wert muss übernocken. Das kann los. So. Und dann LED-Pads. Dann können wir sogar noch eine Knopfzelle reinsetzen und dann haben wir sogar 0,8er Wertung. Das Gewicht ist ein bisschen schwieriger. Okay. Name. Wie ist der andere? Rechenschritt 2.0. Das ist dann Rechenschritt 3.0. Achso. Warte. 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 Entwurf anzeigen. Kannst du nochmal bearbeiten? Ist der dann fertig? Ah. Okay. Ich muss die jetzt duplizieren. Hier kann ich bearbeiten. Ist der dann fertig? Ah. Kann ich auch nochmal den großen nehmen. Machen wir den. Entwurf abschließen. Na guck mal. Und so macht der hier immerhin 3,0-1 draus. Alles klar. Dann. Na toll. Muss nochmal duplizieren drücken. Und auf abschließen. Hä? Mal duplizieren. Mal duplizieren. Ne. Das verwerfen. Und das. Arbeiten. Rechenschritt 3.0. Er ist doch da. Hat doch einen eindeutigen Namen. Kann es sein, weil er den Namen schon jetzt in dem Sinne gibt. Ja. Er hat 3.01. Mensch. Mach das halt so. Komisch. Wenn ich Archivierte habe, muss ich die nicht irgendwo löschen können. So. Das heißt, wir bauen nochmal einen Montagetisch. Frage ist, kommt der ran? Nein, kommt der nicht. Das heißt. Da hin. Und. Und. Die Eckregalen nochmal hin. Okay. Dann haben wir das so. Der braucht 3,0. Das heißt, der braucht zwei Batterien. Batterien haben wir noch gar nicht hier gebaut. Aber ich glaube nicht, dass die hier zu viel herstellen, oder? Ne. Nein. Also hier stellen wir nochmal Batterien her. Batterien. Okay. Dann haben wir zwei davon. mal. Und noch eine Knopfzelle haben wir auch noch. Ach. Ich glaube, ich habe die übertrieben mit dem Ding. Was ich da haben wollte. Wir können es auch, sage ich mal. Was? Nein. Jetzt entfernen wir die Produktion. Kann ich die Produktion entfernen? Ach. Okay. 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 Wir müssen den ja nicht so massiv herstellen. Wir können jetzt sagen, wir stellen das her. Mit dem brauche ich zwei LED und das. Also die drei brauche ich hier für. So. Das heißt, ich stelle hier noch eine Batterie her. Dann wird das eine normale Batterie her. Okay. Ist natürlich jetzt. Produktion. Dann werde ich das jetzt sagen. Jetzt. 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 Da. Jetzt. So. 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 Okay. Die drei Sachen werden ja hier drüben gebraucht. Wie das, 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 das. Das heißt. Nein. Das ist hier. Das ist da. Das heißt, umgekehrschluss, das darüber. Das darüber. Das darüber. Und Elektronikteile. Darüber. So. Dann ist das fertig. Das kann dann. Ja. Haltworte das, was da. Das ist der. Der geht hier. Und der geht hier. Ich meine, das ist kompliziert. Das heißt, der dann. Das sind die Knopfzellen. Knopfzellen werden von hier bedient, weil er nur das braucht. Ausgangsprodukte runter. Knopfzellen. Kann es sein, dass das Regal nicht ausreichen wird? Wie viele Produkte braucht er? Der braucht vier. Ach, der Holzraum fehlt da noch. So. Und das ist nochmal der Motor. Das ist der Motor. Der kriegt man von hier. Okay. Holzrahmen fehlt jetzt noch Holzrahmen. Nur schon 3.9. Ja, das wäre auch noch eine Idee. Äh, Holzraum haben wir da drüben. Würde ich nochmal. Der. Hm. Dann bauen wir die Holzrahmen hier hin. Ach so, hier unten. Ja, oder halt hier. Holzrahmen. Und jetzt fehlt hier noch, dass der den Holzrahmen braucht. So, Holz brauchen wir vielleicht nicht nochmal, aber hier brauchen wir Metall und Plastik. Ach so, wir können erstmal sagen. Ganze Produktionsstrecke hier. Eine müsste hier ausreichen. Okay. Gucken, ob das reicht. Ah, das ist viel Handarbeit bei uns. Wirklich viel, viel Handarbeit. So. Aber die Produktion. Na, was ist denn los hier? Hä? Warum fährt denn die Kamera? Stell dich runter. Ne, los. Jetzt. Ich bewege mich weg. Jetzt ist die Kamera weg. Jetzt. Okay. Dann gucken, ob die Mitarbeiter jetzt genug Geld machen. Wir haben ja doch unsere Produktion gerade drastisch erhöht. Doch, das sind doch schon die neuen, oder? Hey, Shit 2.0. Und das ist ja Shit 3.0, ne? Dann gucken, ob der alles hat. Ne, es fehlt noch ein bisschen. Die Motoren fehlen noch. Hier scheint das Lager voll zu sein, oder was? Der hat jetzt so viele Rahmen hergestellt, der hätten wir doch teilen können. Das ergeht nur so. Oh, 4.500 Minus. Das lag jetzt daran, dass wir viel ausgegeben haben zum Bauen. Müsste jetzt ja auch wieder reinkommen. Nochmal gucken. Müsste jetzt keine roten Ausrufezeichen. Also scheint alles zu laufen vorerst. Ähm, aus Neugierde bekommt deine Mutter und ich einen Rabatt auf einen Funkelnagel neue Produkte von dir. Nun, wir verkaufen direkt an unsere Händler, aber vielleicht können wir ihnen eines Tages ein Sonderangebot machen. Als Dank für ihre großartige Erziehung. Aha. Aber jetzt wollen wir erst einmal sicherstellen, dass Charlie Schaltkreise Inc. genügend weitere Optionen hat, um ohne unsere weiterzumachen zu können. Verkaufe zwar auf 20 Einheiten ein beliebiges Produktes. Mit mindestens einem installierten Stufe 3 Modul. Experimentiere ruhig mit unterschiedlichen Anordnungen bei deiner Produktionskette. Je mehr du ausrufierst, desto mehr lernst du. Äh, Frage ist... Forschungsstationen... Wo war die? Kann was Neues forschen? Nein, kann man nicht. Hut ab, du hast es echt drauf. Ich gehe da mal nach Hause. Es war fantastisch, bei dir bei der Arbeit zuzusehen. So, 20 Produkte gefertigt, ne? Gucken wir mal. Ob das so funktioniert. Das packt keiner, weil die Schlagern aus. Hm. Ach, jetzt kann sie lagern. Da kann er nur 20 Stück hin tun, oder was? Ist der andere schon dabei, mittlerweile? Naja. Hätten noch. Auch alles da. Ach, der Mitarbeiter fehlt. Der Mitarbeiter fehlt. Das ist gut. Dann analysieren wir mal noch die letzten Knopfzellen. Damit wir noch ein paar Punkte sammeln können, während der die Produkte herstellt. Was ist denn das hier unten eigentlich? Gründer. Das ist bloß das. Ich verstehe. Ich rutsche irgendwie heute aus dem Bild raus, ne? Ach, nee. Das ist bloß. Okay. wir haben wir schon vier produkte haben schon dann läuft das doch langsam da reichen schild macht er noch weiter während sich wegdrücken ja macht wie sieht denn hier die halt markt irgendwie so aus ist es blöd wenn man hier mal falsch gebaut hat gab es denn hier auf dem markt hat er noch nicht verkauft verkauf ist gleich okay b3 plus den haben wir nicht mehr aber den weg stück die woche verkauft okay und dem johann und dem verkaufte wochen auch sechs stück marktanteil 30 mit 30 prozent ist das doch schon super wie gesagt ich weiß noch nicht warum der preis so höchste ist hoch ist das produkt dann kann für gewöhnlich wurde ein rabatt eingestellt um einen angemessen preis zu finden und die verkäufe zu steigern du kannst die rabatte für ein produkt im markt panel einstellen markt panel das habe ich glaube noch nicht wenn du die marktübersicht und schon was neues zur forschung noch das hat nur guck mal bei sich irgendwo was ja über labert rum können der das nicht weg tun aber ich brauche wahrscheinlich größere egal also diesen wir wahrscheinlich ein bisschen zu klein verstehe den sinn davon von diesen und diesen kleinen regalen aber naja schön wir gehen sich doch gut firmenwert steigt 13 prozent wachstum in den letzten drei tagen bei 30 tagen ist doch mal was und noch fünf produkte dann haben wir es noch drei ja und dann sogar schon fast letzte aufgabe gewesen sein ne Deko tisch nach Deko habe ich noch gar nicht geguckt was es so gibt hafelmontage also das bild drauf oder was er ist zumindest ein neppich zebra in der pflanze könnte man immer noch daneben stellen scheint ja nichts zu bringen ist einfach rein direkt deko also nicht notwendig für die mitarbeiter jawohl alles erfolgreich das heißt zurück zur kampagnenkarte so damit ist das erledigt und das erledigt das heißt wir können jetzt modulare wahnsinn machen oder zurück in die zukunft ich würde sagen wir fangen mit modulare wahnsinn an modulare wahnsinn bei dieser herausforderung musst du immer fortschrittlichere batterien modelle verkaufen also achte darauf dass dir nicht die energie ausgeht fülle den wahrenausgang mit dem bestellten batterie modul um zur nächsten stufe aufzusteigen du hast 90 tage um so viele wie möglich module zu verkaufen ok 150 modula ok verkaufen mit 150 herausforderungen endet in 90 tagen halt dein geld zusammen ok keine platzierung hier kann es platzierung macht das so ein bonus ziel das scheint so das ist kein klassisches level ziel das ist so bonus das können andere machen wir gehen dass man die story weiter durch nur zurück in die zukunft in dieser zeit die taten die zeit scheint hier in good county langsamer zu vergehen taschenrechner sind hier immer noch eine große sache gott sei dank bist du hier um den örtlichen unternehmen eine zukunftsvision zu geben dank deiner hilfe haben sie die pfennig fuchserei überwunden die zukunft steht ihnen offen verdiene 15 mindestens 5000 geld mit taschencomputer und produziere mindestens 211 beliebige produkte verdiene mindestens 10.000 pro woche mit taschencomputer die einen marktanreiz von mindestens 4 haben gut kriegen wir hin oh ist gänzlich leer du weißt so gut wie ich dass ich das county mehr als nur taschenrechner braucht um zu sein ist an der zeit mutigeren ihre produkte zu geben dafür brauchst du allerdings ein solides fundament schlage vor dass du zu beginn einfache schaltungen pro woche herstellst einfache schaltung pro woche halt worte schaltung pro woche da brauche ich bloß rezept ach ich brauche leiterplatten und das das heißt für die dinge brauche ich auch wiederum ok also ich muss am besten brauche ich bei euch zwei davon dann kann ich immer einen davon bauen weil sonst wäre es ein bisschen krass wenn ich damit klein mit vieren reingehen wir können es machen dann hier noch ein co das passt da nicht hin er kriegt gar nicht so das ok wir können jetzt sagen wir bauen hier die leiterplatten vier stück dann verbinden wir das dasselbe umgekehrt ok um leiterplatten herzustellen braucht ihr das ok also metall und plastik plastik metall sagen wir mal so damit sind die versorgt jetzt heißt das nur noch wir brauchen dann noch mal elektronik teile einmal und wir bauen halt noch ein basteltisch vielleicht mit einem kleinen regal oder wir bauen das hier hin und dann kann man sagen das hier von machen wir es mal so damit es nichts überhanden halten damit es nicht überhand nimmt und theoretisch bräuchten wir noch eine logistikstation das ganze ding betreibt und dann kann ich ja keinen einsteigen das geht kann ich hier keine einstellen und kippen das nicht versteh es nicht jetzt wahrscheinlich ach so wenn keiner da ist kann ich kein einstellen ja alles klar so jetzt muss das ja laufen noch einen zweiten transporteur für den bereich ob das so schön klappt wie ich mir das vorstelle wie viel soll man verkaufen 10 pro woche natürlich sollten die schlange stehen aber anderthalb meter abstand mit schutzmaske dann dürfen sie sich gerne anstellen und so im unternehmen wo die 200 kriegen warum stehen die schlange hier weiß nicht platz eigentlich dazu lagern oder was ist denn da los warum steht denn hier schlange leute verstehe ich jetzt nicht so ganz weil wenn du die tische siehst die stehen bloß auf diesen klassischen treiböcken zum tapetierstichen diese sägeblöcke und obentroffene plümmen holzplatte wer ist das nicht gucken wir die zähne pro woche schaffen und ob es nichts wird ja ich habe mehr geld ausgegeben als eingenommen ok beim hergestellt pro woche gibt es denn dann zeichenplatte taschenreiche ach da gibt es ein zeichenreiche der ich dann herstellen kann ok wir warten mal ab macht ja bestimmt mehr ja das wird sich noch ändern wie gesagt ich brauche nicht ständig mit weiter das vermute ich mal auch das sieht schon sehr knifflig aus das ist ähnlich wie automation automaton was wir letzten gespielt hatten komm jetzt gerade nicht auf den namen wie es richtig ist für die mitarbeiter gerne weiter bilden dass sie schneller werden ich mache den einzelnen es könnten deine produktionsarbeit effizient sein sein verschafft den abhilfe indem du die ihre laufwege verkürzt gut denn ja ich wollte aber nicht jedem noch ein eigenes regal hinstellen das war quatsch das wollte ich eigentlich vermeiden aber an sich profit ist relativ mau ne ja die machen auch kaum einnahmen du produzierst viele leiterplatten das ist große auf den produktionsarbeiter haben nicht genug platz ok so wir halten hier mal ein großes regal hin ich will gucken wir gucken ob die dann ran kommen ich will gucken wir gucken ob die dann ran kommen oh noch genug nicht genug ok ok warum halten wir hier mal ein großes regal hin muss jetzt wieder passen, mal gucken, ob sie das jetzt hinkriegen. Mit 80 Bewohnern, ja, ich glaube das ist auch schon, Rimworld ist auch schon eine Hausnummer für sich, gar keine Frage, wir haben hier auch mal hier, wie ist das Spiel, da hat man so, wie in so einem Kinderzimmer, auf so einem Tisch gespielt und sich eine kleine Werkstatt gebaut, das habe ich auch schon mal gezeigt, das macht auch echt Spaß, kann man gut was bauen, mal gucken, ob das jetzt ein bisschen fließender läuft. Staut sich ja schon wieder. Kann das sein, dass die schneller, die produzieren bestimmt schneller, legen wir den Arbeitsplatz still, klicken wir die beiden Arbeitsplätze still, mal gucken, ob das dann einen besseren Erfolg führt. Ich glaube, das hätte ich vorher mal gucken sollen, wie die Produktionsdauer ist, wenn ich sage, Basteltisch 0,67 und hier 0,67. Ich haute immer vier Stück, aber ich habe doch jetzt massenhaft übrig. Oder stellt er beim Herstellen immer mehr her, das kann natürlich auch sein, aber... Ne, stellt eine Leiterplatte her. Ja, sowas mag ich nicht. Ich mag lieber so ganz gemütlich auch wollen, so wie wir es hier gerade machen. Einfach so. Just for fun. Bauen, bauen, bauen. Der hat doch genug Platz, warum lagert der denn nicht? Versteht es nicht. Zielinventar ist voll. Ach, du kannst wohl immer nur ein Gut von einem Ding hinräumen oder so. Kann natürlich sein, dass er immer nur einmal voll macht. Aber wie viele stellen die denn da her? Er sagt es voll, logisch, voll, voll. Okay, kann man das noch anpassen, welche Farbe das haben wir? Schon wieder aus dem Bild gerollert. Mir gefällt das die finanzielle Entwicklung nicht. Was soll denn das? Die Kamera haut wieder ab. So, wir müssen mal gucken, können wir noch irgendwas anderes bauen? Bleiben wir noch nicht. Ne. Der haut, was bleibt doch mal hier. Was ist denn los mit dir? Genau. Irgendwie ist die Kamera hier komisch, dass die immer wegfährt. Ich verstehe nicht, warum habe ich so viele von den Leiterplattern mehr. Das macht für mich keinen Sinn. Ich schiebe das mal da hin. Dann stellen wir nochmal das hier. So. Wo geht denn das Zell? Das Zell geht jetzt gerade draus. So. Mal gucken, ob wir damit erstmal die 10 Stück pro Woche hinkriegen. Was? Die Ausgabeverbindung zum Wareneingang gar nicht bedienst. Warum? Der gibt doch da hin und gibt da hin. Mach doch doch. Wie funktioniert doch also. Wie ist denn eng da alles auf dieser Fläche verstaut? Marktschließend erfolgreich. Ein Durchbruch in der Marktwirtschaft. Sehr gut, bevor du weitermachst, musst du noch ein wenig länger bei den Teilchenrechnern bleiben. Die Hochschule von Goethe County nimmt wieder am nationalen Mathe-Turnier teil. Wir können es uns nicht leisten, unser Gesicht zu verlieren. Mit ihrer aktuellen Teilchenrechner hat unsere Mannschaft aber keine Chance. diese Kinder haben etwas besonders verdient. Es wird auf einen Bauplan für einen fortgeschrittenen Teilchenrechner mit einer Rechenleistung von mindestens 0,4. 1,4. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 2,5. Pult, bauen wir mal hier rüber. Neuerstellen. Best Shit 4.0. Mal gucken, den wird es ja nicht mehr geben, oder? Holzgehäuser, nehmen wir erstmal rein, ganz klassisch. Ein wenig ökologisch und Fragilität. Achso, die Merkwahl da unten ändern sich immer ok. Dafür ist der halt weniger Abwärme und Fragilität auch. Ach der ist größer, ok. Ah, hier gibt es jetzt eine, ok. Neue Schaltung, wie sieht denn die Schaltung aus von der Form? Aha. Wir könnten erstmal ein LED-Feld bauen. Warten wir mal noch was, wenn wir die einfachen Schaltung erstmal hier hin bauen und hier hin bauen. Da haben wir schon mal Rechenleistung von 4.0. Da das LED-Teil rein. Genau das, die Batterien. Batterie-Pack passt hier nicht mehr. So, wir könnten das so bauen. Da haben wir die Rechenleistung. Die Wärme ist sehr hoch. Also das ist schon, sollten wir vielleicht doch nochmal gucken, das war. Das ist einfacher, Gehäuse ist besser. Allerdings kriegst du dann, glaube ich, das nicht unter, ne? Da müsste dann hier irgendwas weg. Das müsste man dann so hier aber bald gefasst. Oh, das ist gerade so die Mindestanforderung. Allerdings die Abwärme ist nicht so schlimm. Hm. Wie viel eher gesagt, das gehört zu einem Gehäuse besser. Auch wenn die Abwärme hier ist. Ne, ich glaube wir lassen das fast so. Wir lassen das so und dann passt das. Und, ihr sagt es ja schon. Ja, ob das der beste Shit ist, weiß ich noch nicht. Da es ja keinen anderen neuen mehr gibt, würde ich hier wieder sagen. Wir machen es einfach nur Rechen Shit, so. Alles gut. Achso, ich habe vergessen die Farbe einzustellen. Naja gut, jetzt sieht doch so aus. Ist egal. Okay. Das neue Design ist fertig. Fantastisch. Ich darf doch schnüpf, schnüpf. Ah, ich lebe die Große von frischem Bauplänen. Du kannst damit gleich in die Produktion gehen. Du hast doch Zeit, bevor das Turnier beginnt. Ein Minimum von 7 Taschenrechner pro Woche mit einer Rechenleistung und Minterkosten ausreichen. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Wir brauchen den Montagetisch. Ja, ich habe trotzdem Plastik genommen. Aber Taschenrechner wird ja nicht weggeschmissen. Ne. So, dann gucken wir mal. Halt. Hier kommt der Rechen Shit. Das heißt, wir brauchen hier einfache Schaltung. Okay. Wollen wir den Ausgang. Unvorbereitet Bauern kommen hier nicht rein, ne. Hier kommt diese Dinger. Ach ne, der hat die ja direkt weg, ne. Dann machen wir das so. Die Verbindung wird gekappt. Dann liefert der direkt da rüber. Wieviel brauchen wir? Ja, sehe ich wieder nicht, ne. Zwei. Okay, dann brauchen wir noch zwei Batterien. So, einfache Batterien wurden aus Genecaien gebaut, ne. Sehr gut. So, einfache Batterien wurden aus Genecaien gebaut, ne. So. So, einfache Batterien wurden aus Ginecaien gebaut, ne. das heißt das dann war ein eingang ich doch keine chemikalen bestätigt oder was wahrscheinlich ok stellt er die chemikalen herr kommt da rein wunderbar dann haben wir das einfache gehäuse die wird malen ich denke er die wird malen das ist mehr so jetzt report als das jetzt hier spannend aufpasst ok dann haben wir das gehäuse jetzt fehlt noch dieses schaltkreis da wenn ich jetzt die schaltkreise brauche was brauchen wir dafür auch nur elektrikteile das heißt auch noch mal ein tisch bloß und dann könnte das schon laufen das schön sieht es nicht aus sage ich sowieso es gefällt mir auch nicht ja sagt sicher so die dinger was brauchst du du brauchst die da ok ok das kommt an das kommt an das kommt an und es fehlt noch das stimmt mir jetzt ja nicht ach so was wir noch brauchen ist und dann gucken ob es das funktioniert mal schauen sieben stück die woche soll man herstellen muss erstmal alles hier ein bisschen anrollen noch einen zweiten transporteur wagersopfer genügend grundmaterial herankriegen wagersopfer genügend grundmaterial herankriegen ja eigentlich sowas wenn ich jetzt hier das wenn die anzahl der physisch inventar felder gewusst die reserviert sind das war jetzt dumm ne ja ich glaube das war gerade dumm jetzt gucken wir mal dass wir das schnell fertig kriegen hier haben wir noch genug da wir haben metall plastik und die teile genau dann kriegt denn der hier nix braucht doch elektronik teile ne holt sie doch weise weg warum lieferst du die elektronik teile jetzt haben wir jetzt schon rahmen ohne ende aber die elektronik teile nicht das ist nicht richtig plastik geht und ja das dahinter sollst du sollst doch nun das lager bringen wir gehen auch nur ins lager auch noch du hast doch genug, bringst du mal weg warum macht er das nicht er findet keine teile sind alle keine teile, was ist denn das für ein quark was ist das sonst hier leute also irgendwas stimmt doch hier nicht wir klatschen das hier die ganzen regal noch mal aus du bist mit dem Kost von dem Regal versorgt und lieferst dann auch wieder zurück du lieferst dann zum schluss zum wahren Ausgang korrekt das heißt du kriegst die Dinger das heißt du lieferst zielen du bist mit dem verknöpft du bist mit dem verknöpft das heißt du lieferst da hin wenn du fertig bist, lieferst mich an ok dann ist der mit dem verknöpft der ist mit dem verknöpft du lieferst da hin so der ist mit dem verknöpft der ist mit dem verknöpft und du wirst mit dem liefert und du lieferst da hin so sollte doch passen jetzt los hier leute arbeitet ist doch genug da na 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 Ach, kann es sein, dass die noch nicht rankommen? Aber die haben doch jetzt Holz auch hingebracht, oder? Nee, Metall. Der Brauchplastik, ja. Ach nee, kenne ich. Ja, ich weiß nicht, warum die nicht liefern. Wir müssen nochmal liefern, warum machen die das nicht? Wir haben eine Ahnung, woran das liegt, dass der hier so komisch rumspinnt. Das funktioniert jetzt, die wird ja nicht hier hin. So, damit hat er das. Die bedienen das nicht. Und die arbeiten noch nicht mehr, was ist denn hier los? Ist ja alles zum Erliegen gekommen, was ist denn das? Muss ich nicht verstellen, oder? Die Lagerlieferung kommt weiterhin. Ja, aber sowas von streikt. Die arbeiten ja hier nur noch, weil ich den jetzt selbst die Materialien hinbringe, aber ansonsten arbeitet ja keiner. Irgendwie ist das gerade. So, du lieferst da hin. Die liefert hin und her. Das heißt, du lieferst dann da runter, beziehungsweise da hin. Achso, okay, warte halt. Der muss da rüber liefern. Genau. Ja, sauber ist klar, aber welches fehlt denn hier? Okay. Da ist drin noch. So, mal gucken. Irgendwie. Okay. Und die wollen wir noch nicht. Wir können arbeiten. Außer halt die, die ich selbst bewirtschaftet habe. Wir können noch nicht, hier kommt ja nichts an geliefert. So, du lieferst da hin. Du lieferst da hin. Warum liefern wir da hin? Die Metallteile. Wenn die dann hier nochmal hingehen. Kann ich doch hier die Teilteile sparen. Die kommen nur da und da hin. Genau, die brauchen Plastik, die brauchen das. Aber alles richtig. Das Handbuch für den erfolgreichen CEO sagt, negative Impulse sind bei absichtlicher und versetzlicher Arbeitsverwaltung durchaus gemacht. Ja, nee, das sehe ich nicht so. Jetzt schon wieder keine Plastik. Was ist denn das? Holt ihr euch doch mal ab? Kann ich das Lager verschieben? Ja, ich kann nur Tische verschieben, auch nicht Lager. Was wir noch machen können. Können wir den Tisch mit hier runterrollen? Gucken wir, was dann noch damit klar kommt. Hier passiert nichts. aber hier sind die waren drin es hat doch vorhin so gut geklappt irgendwas stimmt hier nicht dieses level total verpackt keine ahnung ich meine ist jetzt genauso ich habe doch nichts verkehrt gemacht produzieren nicht die verkaufen nichts verstehst nicht doch der neue typ fühlt sich nicht als müsste arbeiten obwohl er eindeutig der station zugeordnet ist die fasse ist wir testen das mal kurz ich verkauf mach es mal kurz anders wir testen mal was mal gucken und sie legen los dann sind zwar die wege erstmal weiter aber sie arbeiten erstmal zwar halt diese transporteure diesen transport station kann ihn ja nicht größer machen den bereich naja wege sind soweit ne zuerst bauen wir hier oben noch um ach so warte halt so du kriegst von wo deine morn können wir auch vergessen machen es erstmal so wieder dann können wir das später ohne diesen Zeugs machen so geht der da hin der verkauft der bringt das rüber jetzt eine station irgendwie ohne arbeit oder so jetzt ist einfach genug da ihr könnt euch das raus holen was ist denn jetzt schon wieder los so dann jetzt jetzt los 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 Das war's für heute. So, jetzt aber bitte, komm. Kann doch nicht so schwer sein mit euch. Aber zufrieden bin ich noch nicht. Aber wir müssen erstmal wieder Geld irgendwie reinkriegen, das geht doch gar nicht. So, na komm. Was fehlt denn da noch, sonst nur ein Schaltkreis. Dann sollte ich eher sagen, das geht nämlich dann hier hin. Ne? Laufen die zwei weiter, erstmal aber. Mal gucken. Und falls können wir ja hier noch was aus dem Lager rausholen, wenn wir mal zu viel haben. So, Teilchenrechner wird hergestellt. Hier liegen Schaltungen drin. Achso, weil wir die ja vorher noch verkauft hatten, stimmt. Gut. Nehmen wir das nochmal raus. Mal da mit rein. Ach, Mensch. Mal da, neig. Mal da, neig. Mal da, neig. Mal da neig. Mal da. Mal da so raus. Ihr habt ja schon wieder nicht genug Platz? Und jetzt. Okay, jetzt aber. Könnte ein bisschen mehr lagern. Da stellt einer viel zu viele Leiterplatten gleichzeitig her. Warum stellen die das auch so schnell her? Drei pro Woche haben wir bis jetzt hergestellt. Das sind nicht vier. Und die Produktion bin ich nicht zufrieden. Das ging mit den anderen Bereichen besser. Kann ich das hier nicht kaufen? Du wartest auf Tyler. Ist doch genug da. Oh ne. Erstens mal. Wenn man hört, die Herstellung. Das ist von dem wir hier. Ich möchte gerne den Tisch einfach mal pausieren. Ja guck mal, wir lassen die mal raus, nehmen die mal raus. Oder wir bräuchten noch so einen Tisch, so zusätzlich dafür. Wäre auch noch, aber ich würde gerne erstmal ein bisschen Geld machen, da ist das jetzt richtig mies gerade. Aus was stellen die das her? Ja, die stellen das aus Plastik, Metall, 5 Stück hier aus, Plastik, Metall, 5 Stück. Mussten wir jetzt hochrechnen wie viel das kostet, 5 Stück aber. Ich werde jetzt gerade überlegen. So. Wir bauen das hin. So. Jetzt sagen wir sollen auch Leiterplatten herstellen. Wir bräuchten so einen Transportpunkt. Ah, dass man die Kamera nicht drehen kann. So. Mal sagen schon mal. Hier andersrum. So rum. Und dann. Der Versuch. Der Versuch. So. Die. 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 Der Versuch. Auf jeden Fall. erstmal das dahin aber ja auch bei dir nicht warum nicht der maxima noch sein und das jetzt so bauen baut er dann das ding ist total verpackt der reagiert nicht jetzt hier was ist denn das aber warum ist das der radio so klein bei dem anderen laden größer war doch nicht so winzig jetzt wird so dr die hier erstmal ok ich würde gerne mit dass du die hier versorgt mit metall und plastik so nicht normal er hat dem jetzt wieder metall rüber geschluckt plastik und mit der kein metall ach so warte mal dann ach du jetzt du 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 die dinge brauche hier so nicht gucken was jetzt mit angeht jetzt geht er hier mit hin und bringt den pflaster das ist ein chaos ja das ist viel zu klein aber ich kann auch die größe nicht verändern steht hier was in diesem wiki um lager die logistik direkt zu verbinden musst du einen logistikpunkt platzieren die quelle jeder verbindung die abgedeckt werden soll müssen sich innerhalb der angezeigten reichwert das logistikpunkt ziele können sich dagegen ach die quelle überall die ziele die quelle am punkt die ziele können überall damit der mitarbeiter die logistik von handhaben kann muss er dementsprechend logistik zu sein ok das heißt die quelle ist hier das ist die quelle das ziel ist ganz egal dann wäre es ja sinnvoll wenn wir noch mal kurz hier hingehen und damit wird das da fertig somit kommt dann die quelle ran das ist das da kommt auch an die quelle ran und kann dann sagen die verdammt da genau wir haben wir jetzt zwei haben wir ja so aber wie ich feststelle sind wir fast pleite weil wir scheiße gemacht haben um es mal kurz zu sagen lief aber wie hier das hat ja den ganzen karton mit denen jetzt genommen mal gucken da kriegen wir jetzt wirklich geld rein hier firma ist im minu so hast noch 29 minuten zeit ok ja vielleicht muss verkaufen jawohl wieder ein plus ok dann haben wir so eine kleine arbeitsinsel da gebaut dann können die loslegen was fehlt der mir ach die teile fährt ok gut aber okay ne wir verkaufen jetzt einfach mal die leiterplatten mit auch wenn die jetzt nicht so viel bringen erstmal ein bisschen geld machen überhaupt das ist das entscheidende und hier ist schon wieder stau damit die nicht mehr labern können wir was wir könnten doch mal sagen die priorität das war doch ein mittleres regalo so ach so was schon voll ist oder so eigentlich nicht wir könnten ja theoretisch ja und dann sagen probieren oder kriegt das das und das wird ja schon wieder das wird ja schon wieder genau wenn das dann verkaufen muss jetzt alles hier ankommt wo dann ja jetzt Okay, mal gucken, ob wir jetzt wieder ein bisschen vorwärts kommen. Haben ein bisschen rumgetrödelt, ich weiß. Was ist denn heute los? Ich lümmel hier die ganze Zeit so in der Ecke. Ich mach das mal so, da kann ich lümmeln und ihr seht mich trotzdem. So. Ja, wir produzieren zu viele Geeinfachtgehäuser. Warum konnte ich hier nicht noch jemanden hinzufügen? Nicht reserviertes Inventarfeld, ja dann lass mich das doch reservieren. Okay, machen wir so. Ja, dann haben wir von ihm nochmal einen. Dann können die theoretisch... So, jetzt muss das klappen. Ah, da-dam, 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 das macht wieder mal Points. Platz zwei. Kommst aber an die Kitty noch nicht ran, ne? So. So. Dann steht hier mal kaufen dran. So. Dann steht hier mal kaufen dran. So. 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 Deinem. So. das kann. Genau, verkaufen und... ok, gut, hm. Kann ich mir keinen einfachen Basteltisch leisten. Weil ich da am Weg stehe. Oh, die bieten kosten 3000. Sorry, seid ihr bescheuert. Natürlich eine Hausnummer. Warum verkauft hier niemand? Okay. Okay. Nach hier hin. Der Ausgang ist ja klar. Ja, Quatsch. Der ist doch mal vorher schon rumspielen müssen, oder? Okay. 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 ja wir sind die minus ist war ja aber hoffentlich gleich klären ausverkaufen war ja nicht vorn was im menü mit priorität ok das heißt könnt also sagen dass diese verbindung hier das mit der priorität kann auch keine priorität einstellen was haben wir noch gar nichts nur was freischalten warum ist hier vorher oh noch im minus immer noch sieht nicht gut aus wenn ich das mal so sagen ich glaube diesmal noch zu viel davon ja so viel haben wir nicht es ist wirklich bloß die es hängt an den teilen an den hier und die bringen die ja direkt weg ne genau gut ich kann aber gerade kein regal leisten dass wir das noch mal ein bisschen umbauen können und hier ist ja der auftrag dahinter okay ich bin schon wieder aus dem bild gerollert ich will mir mal kurz was zu trinken ich will gleich wieder okay 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 So kriegst du nur den Eingang her, halt. Ach hier, hier kann ich die Priorität hochsetzen, ah ok, geht das da rüber und dann die brauchen, das heisst, so damit werden sie damit versorgt, und der Ausgang ist, hier ein, ein, ein. Okay. 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 Das braucht man doch, ne? Das und das. Okay. Okay. Ach so, das wird das, das, das. Dann geht das da rüber, da hin. Okay. Dann können wir das hier auch mal ein bisschen sortieren. Ah, bessere Ideen, wir berufen einen Aktionärsversammlung ein und lassen die da entscheiden, da was wird, ja, aber wir sind keine Aktiengesellschaft. Also ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Idee ist nicht schlecht. Okay. 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 So, da ist das. Was hat der noch? Der hat noch Cell, der hat Cell. Da. Und der hier noch das. Was hält der noch das Augenzeichen an? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, kann auch werden. Irgendwann. Noch nicht. Okay, Energy Waldmeister, das schmeckt komisch. Äh, was ist das hier noch? Das können wir hier weghauen. Ja, der wird ja hier versorgt. Gut. Okay, gut. Genau. So, dann kriegt er das und ich bring das da rüber. Und der hat da nochmal Warn aus, halt. Dann machen wir hier 15 oder 10. Mal gucken. Müsst ihr jetzt jetzt wo sehr? Wir machen einen Cent zum Anteilseigner. Wenn das so gut ist, ich weiß ja nicht. Und das da rein, mal gucken, ob das dann verkauft. Verkauft die Dinger nicht. Ach, warum verkauft... Ich will die Dinger nicht verkaufen. Ich kann das ja auch nicht hier entfernen. So, und das ist das. Was hast denn du? Dann kann ich es ja nicht. Er unterschreibt um 12 Uhr früh und um 9 Uhr haben wir die verbleibenden Ressourcen auf eine andere Firma weggelegt. Ja, das glaube ich auch. Hier brauchen wir noch einen Mitarbeiter. Kann sein, dass wir dann irgendwann mal ein weiteres Material brauchen, wenn es nicht mehr ausreicht. Und noch sieht es gut aus. Wir liefern ja mehr als wir eigentlich bräuchten sowieso. Da musst du gar nicht mehr bestellen. Ja. 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 Es läuft doch. Wird es wahrscheinlich nur noch werden. jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Schaltungen jetzt übrig bleiben. Wenn wir jetzt so viele Schaltungen haben, brauchen wir noch eine Forschungsstation. Ne, über die Produktion haben wir noch nicht. Ich glaube, das sah auch nicht danach aus als durchschnittlich 4 3er Marktanteil läuft. Maximalpreis 200. Hier, man kann eine Wertung von bis zu 10 kriegen. Wir sind bei 0. 0, noch was. Ja. Puh, hoffen wir, dass wir die Kinder von Good County die Konkurrenz überflügeln können. Zeit mit der Forschung weiter zu machen. Platziere einen Analyse-Tisch und einen Forschungstisch. Ich benutze dann ein beliebiges Modul auf dem Analyse-Tisch, um mindestens 4 Grundlagenforschung pro Tag zu generieren. Psst. Deine Inser hat mir gerade berichtet, dass die Nachfrage nach Gerät mit erhöhter Speichervolumen demnächst stark steigen wird. Konzentriere deine Forschung auf den Speicherbankmodul, die dieses Merkmal berücksichtigt. Berücksichtigt. So. Kann ich jetzt das Haus kaufen? Immer noch nicht. Ich will das haben. Doch kein Platz hier. Äh, Analyse-Tisch. Und der Wohrschungstisch. Pro Tag hat er gesagt, ne? Das heißt, ich möchte einfach, ich kann halt nichts gescheites dazu verwenden. Diese Dinger haben wir ganz recht, aber die kann ich nicht verwenden. Also die Krünen, von denen haben wir ja so viele Leiterplatten. Oder geht das? Geht bestimmt nicht, ne? Ne, ich muss schon das nehmen, was er mir vorgibt. Ich muss mal gucken, ob der Teile überhaupt verkauft. Wenn das eine End ist mit dem Speicherpass, bist du am Arsch. Lieber Produktionssplitten. Ja, mal gucken. Wie gesagt, Produktionssplitten ist schwierig. Wir haben nicht so viel Platz. Das ist das Problem. Ähm, haben wir hier irgendwas in Überproduktion? Oh, wir haben hier 26 davon. Das ist natürlich schon. Jeden Tag vier soll ich generiert und nutze sie für die Forschung. Das heißt, wir müssen einfach Forschung. Ah, hier kommt das. Was soll ich machen? Kleiner Registerspeicher. Logik-Schaltung. LED-Matrix. Also ich sollte, glaube ich, eine Registerspeicherung, ne? So. Dann könnten wir hier LED-Fed nehmen, ne? Ja. Ja. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Und... Dann musst du hier schon selbst holen gehen wieder. Dann zu Behindernstädt. Gut, und damit müsste das jetzt klappen. Der im Ganzen ist doch echt nice gemacht. Auch der Anfangsgrott. Ja, das ist sehr tricky gebaut. Dann kann man ganz schön tüfteln. So, jetzt haben wir das und jetzt kann die ihre vier Punkte nutzen. Müssen wir die Tagesaufgabe jetzt auch fertig haben. Wieder einen neuen Job hervorragend erledigt. Vorwärts. Und mehr vorwärts. Ich wünsch dir, wir könnten diese Leitung mit einigen Krapfen feiern. Oder einer cremigen Käsekuchen. Oder nein. Carrie, bleib stark. Ist dir eigentlich aufgefallen, wie eng es hier drin ist? Ich habe ein wenig herumtelefon... Entschuldigung. Ein wenig herumtelefon... Ah. Ich habe ein wenig herumtelefoniert. Glückwärts stehen direkt neben ein paar Gebäude zum Verkauf. Schau ich doch mal draußen auf der Seitengasse um und kaufe ein zusätzliches Gebäude. Damit hast du dir etwas Spielraum. Die Gebäude sind frei. Ach, das wohl auch noch? Ja, natürlich schön. Kostet 20.000. Da muss ich ja mal. Ui. Mit Warenausgaben. Schön. Eine großartige Wahl. Du sollst eine Einweihungsparty schmeißen, nachdem du etwas mehr Marktgewinn gewonnen hast. Übrigens hat sie die Nachricht gehört. In der ganzen Stadt wird ein neues Gerät gejubelt. Der Pocket Computer. Aus einem geheimen japanischen Labor sind Bauplänen durchgesickert und jetzt ist der Markt verrückt nach diesem brandneuen Produkt. Es ist Zeit deinen eigenen Taschencomputer zu entwerfen und auf den Markt zu bringen. Verdiene damit mindestens 5.000. Und bevor du weiter machst, wollte ich noch sagen. Gut gemacht. Ich bin stolz auf uns. Wir sind ein tolles Team. Und du bist ein toller Chef. Und deswegen lass ich mich von dir herumkommandieren. Ist klar. So. Wir sollen einen Pocket Computer entwerfen. Pocket Computer. Wir haben das hölzerne Gehäuse. Gucken was wir rein wollen. LED Feld. Einfache Schaltung. Was? Vierer Progen. Okay. Was? An was für einen Pocket Computer erinnert mich das? ok das ist so gameboy-like ja, das ist ein smartphones und hat ein tablet computer shit 1.9 ich teste jetzt nur gerade mal aus ich weiß noch nicht, ob ich den hier nehmen werde weil es kann ja sein, wir schalten jetzt noch ich bin ja gerade massiv am forschen und wenn wir noch ein bisschen was in der forschung freischalten könnten wir ja noch was reißen nee, die haben nichts mehr okay 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 machen wir mal so okay solange der hier noch was zu forschen hat led-felder kommen wir noch vorwärts jetzt kann man da noch erforschen teilgehäuse wäre natürlich auch nicht schlecht wegen du wirst schon aber computer shit ist das so gut der name nicht eher shit computer oder sowas man könnte es auch umwandeln weil wir ja im computer sind könnte über code reden wäre ja auch noch eine option ne guck mal, die erhöhen die marktentdeckung massiv plastik gehäuse hier haben wir sogar ein plastik gehäuse hier haben wir sogar ein plastik gehäuse weil sie einen kleinen registerspeicher wird schon gerne noch freischalten wollen da bin ich mir noch nicht so welches design wollen wir erst das ist glaube ich egal das ist furcht wir haben aktuell nur das hölzende behäuse led-feld haben wir erstmal die bildqualität auf ein minimum das ist der einfache schaltkreis das ist das minimum und dann haben wir die niedrigste stromversorgung aber guck mal wir brauchen speicher ohne speicher geht es gar nicht damit ist es doch erstmal hinfällig das fertigkeitsmord vorne hin ach so computer aber beispielsweise wenn ich jetzt auf andere konsolen greife heißt ja auch sony playstation also ist ja auch oder microsoft xbox kommt ja meist der firmenname und dann das heute keine schleicher alter wie viel misos machen kann um arbeit sind hier nicht wir brauchen noch einen batteriebetrieb oder kann das sein kann das sein das ist das wir brauchen noch einen Dadurch, dass die das Lager nicht dazwischen haben, dauert es bei denen halt ein bisschen länger. Aber Forschungspunkte stellen wir schön her, das ist doch praktisch. Ja, sowas zum Beispiel. Oder Shit-Head-Health. Ich hätte hier vielleicht, ne, ein Serverregal hätte hier nicht funktioniert, weil dieser Pfeiler ja da im Weg ist. So, wir werden das dann mal ändern. Und wir werden das dann mal auf den umschalten und machen ein paar Sachen. Oh, nee, warte. Nimm erst mal das Gehäuse. Ein bisschen was davon abarbeitet. Jetzt müssen wir mal gucken. Also gerade fassen wir rapide ins Minus rein. Shit-Hacko wäre auch noch gut. Shit-Hacko? Ja, das muss so was Griffiges sein. Sehst du, wenn es schon so was wie Gameboy hat irgendwas so... Der Shitboy! Wenn wir dieses Gameboy-System machen. Ja, ich weiß, wie... Ich glaube, wir haben es gerade total verkackt und gehen gerade pleite. Weil ich hier... Forschung abgeschlossen stellen. Äh... Wir müssen unbedingt mehr herstellen. Und hier wäre zu überlegen, dass wir nochmal so ein 12-Wallart-Regal machen. Was haben wir jetzt hier? Plastikteile. Okay. Jetzt doch nur noch eine Brüte Version mit einem guten Commercial. Wo ist Kitty, wenn man sie braucht? Sie malt und schläft und beides. Kennst du sie doch? Hä? Ja. Wir müssen ja nicht beides machen. Wir müssen jetzt eins davon nehmen. Aber was da? Ich muss hier jetzt mal an den Monitor einsetzen. Interessantes Outfit, junge Dame. Interessantes Outfit. So, Finanzen, wie sieht es aus? So, is das? Ja. Ja. Wannschie? In der TILE? No, wirst du das? Nee. In der TILE? Ha? In der TILE? Die TIC? In der TILE? Poimental? Ja. Ja, die Daumen? So, vielleicht kann man da noch ein bisschen was verkaufen in die Richtung. Brauchst du nicht, du hast doch einen Forschungssoftware gegeben, oder? Jetzt kannst du das Leben mit forschen. Empfinden den schon wieder Batterien? Theoretisch müsste ich analog, wie hier oben, das mit den Batterien bauen. Dass du eh eine Standardproduktion hast, die immer Geld reinbringt. Oh, wir machen den Plus, schön. Können wir mal kurz gucken. Können wir das hier hinbauen, das da hinbauen. Baut elektronische Komponenten, einfache Schaltung, kleine Registerspeicherung, einfache Schaltung. Das, was ich jetzt also gerade da unten baue, 0,27 und der braucht 0,6. Oh, wir könnten jetzt, sage ich mal die. Dann lassen wir das mal kurz so. Die bauen ja hier einfach Schaltung, ne? Genau. Genau, wenn ich jetzt sage. So, probieren das mal. Zumindest ist dein eins schon mal. Okay. Einfache Schaltung. Beides da. Und dann hat er die Komponenten und kann die wieder hier abgeben, ne? Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ob der dadurch jetzt schneller arbeiten kann an dem Bereich. Oh, yeah. Das macht schon mal was fett. Dann können wir dann sogar Arbeitsplätze sparen, wenn wir, also jetzt nicht das Personal, sondern wirklich die Plätze, wenn wir damit schneller arbeiten können. Ja, ja, wir sind schon wieder minus im, das ist schon klar. Dann gucken wir mal, ob das von so nach und nach einer aus, nach der Arme austauschen wird. Das ist deutlich schneller, das ist schon enorm. Die Bank wegreisen, elektronische Werkbank. So. Und ab dafür. Das müssen wir jetzt hier auch schneller sein und dann würde ich sogar sagen. hier, dass wir den Verkauf hier lang stoppen. Hier, dass wir den Verkauf hier lang stoppen. Ja. Damit wirklich so zügig jetzt rankommen. Dann müssten wir damit auch das umschalten können auf einfache Schaltung. Oder noch, was haben wir noch gemacht und das hiervon, sondern hiervon. Hiervon. Das ist ja. Hiervon. 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 immer noch ein päckchen hiervon verkaufen treibt jetzt erst mal die forschung jetzt hoch zu treiben damit wir den gleich ordentlich bauen können anstatt jetzt zwischendrin anfangen micro shit und um das zu bezahlen brauchst du micro payment kommt leiter geld möchte wieder ins fluss kommen hat er mittlerweile genug also batterien fehlt immer noch massiv und dafür dass ich jetzt dachte wir sind schon ein paar mal ins bankon gerutscht und wieder gut geschafft aber jetzt wird es eng borschung abgeschlossen 80 noch sich machen wir jetzt hier den schaltkreis oder so was mit dem plus und dann noch mal sagen Oh Ach, Stapelgesandt steht immer da Ein Stapel Maximum Müssen wir mal runterfahren Wollen wir Chemikalien, ne Chemikalien lasse ich Elektronikteile fahren wir mal runter Holz brauche ich nicht, Metall fahre ich mal runter Plastik, damit wir mal das Lager erstmal wegkriegen Damit wir nicht so viel Lager Lagerkosten haben In dem Fall Das mit dem Knopfzell geht Immer noch viel zu langsam Achso wir wollten ja dann noch Lager bauen Aber ich kriege ja kein Geld rein Da ok, Pause Dann gehen wir nochmal auf Rekal Rekal Frage ist, kommen die da überhaupt noch hin, wenn die jetzt so stehen Haben wir noch gar keine Chance mehr da ran zu gehen, oder? Machen wir das mal so Machen wir das mal so Das geht nicht Ah, warte mal Bisschen Platz mal hin Bisschen Platz mal hin So Na toll Wenn die sich da mal nicht behindern Sehr, sehr kleiner Arbeitsplatz Okay Okay So Ihr kriegt eure Materialien von da Nee, anders So Ihr kriegt eure Materialien von hier Genau Du lieferst das da hin Ich verkriege mich in die Koie bis morgen Jetzt schon Verbraucht mal halb elf Du bist aber heutzutage dran Gibt's ja gar nicht Doch Bei Roller So Dann gucken wir nochmal nach Die Station ist noch nicht dran Okay, die schafft es nicht Wie sieht es mit der aus? Z hat er da hin Der kann anliefern Der kann wegbringen Gut Passt Hier Haben wir einen Da haben wir einen Und hier stellen wir noch einen ein Mal gucken, ob die so Schlafen haben Achso Na gut, alles klar Verstehe ich Göttnächtle, schlaf schön So, da haben wir das ein bisschen Sieht ein bisschen eng aus Gequetscht Aber es scheint zu funktionieren Dass die relativ zügig Relativ schnell Arbeit Gibt Ist natürlich praktisch Wenn das so eng klappt Können wir Platz sparen Dann könnte man rein theoretisch Die anderen auch noch so drehen Dann kommen wir so Bisschen vorwärts Hier schon mal Dann müssten wir jetzt nämlich Batterien zusammen kriegen Ist aber schön, dass du hier nicht Konkurrenz hast Die sich dann nochmal ausbootet Oder sowas Wahrscheinlich Gehe ich davon aus Ist ja auch nicht schlimm Also ob die Spaß haben Auf diesem engen Raum zu arbeiten Dazu dritt nebeneinander stehend Oh, wir haben nicht Wir müssen wieder Jeweils ein Kistchen füllen Das hat man ja mal kurz runter gefahren Jetzt müsste das wieder laufen So, jetzt scheinen wir vorwärts zu kommen Jetzt haben wir hier Können wir sogar Nächste Montagestation bauen So, jetzt noch mal kurz überlege Ist Zu verschieben Und dann brauchen wir das Nämlich mal So, das ist ja Rohmaterialien Das ist das Wegbringen Okay Müsste ja noch weiterhin bestellt Genau Die Frage ist Kommt daran Natürlich Nicht mehr Dann können wir nämlich Hier drüben nochmal Dafür selber bauen Ja Bei denen ist noch Keine Corona ausgebrochen Bei denen geht's gut So Dann machen wir das aber nicht so Das ist nur hier ein frei Und dann Das ist dieselbe Größe das sind die rohmaterialien okay das ist jetzt sehr eng aber sehr platzspart und wenn das funktioniert problem ist bloß wir brauchen jetzt noch dieses stück also die kriegen wir da oben abgefedert das ist ja material das ist ausgang das material kann hinten stehen weil das wurscht ist machen wir das mal so und dann brauchen wir noch auch ein logistikpunkt der hier steht der den rest koordiniert und ab dafür noch mal gucken die wege okay gold rush ist wieder angebot schön schön ist so eine produktion bestimmt nicht so eng auf dem haufen aber es erfüllt den zweck weichert der eigentlich von alleine zwischen wir könnten ja mal speichern einmal ein riesiger roboter so weit herum ausgestürzt hat sich ein neues friedlich zu hause in einer nahen stadt geschaffen nerviger kleiner roboter rollt durch die innenstadt und lädt jeden zu einer pizza party ein finde ich gut also das gewusel hier gefällt mir jetzt läuft das hier naja wir produzieren viele leiterplatten ist mir bewusst könnten wenn wir das nochmal ins rüber setzen das sind die materiale das ist das weg bringen ok und dann bauen wir noch mal eine montage tisch das ist gut das ist gut das ist gut Das ist gut. lassen wir das so so das ist materialien und das der verkauf das ist das mit arbeiter einstellen und dann sagen so wie der es hat er verkauft dahin zieht seine daten daraus mal gucken müsste ja auch an alles rankommen genau dann haben wir hier ein bisschen was weg weil das ist ein gewusel hier und hierfür meldung wir gehen die geldmittel aus abwarten müsste jetzt ja steigen da wir den montage tisch haben soll sich jetzt mal ein paar schaleine genau sehr schön jetzt landen hier aber viele drüber der rechner und das nächste ist der tisch ausgetauscht elektronische werkbank ziemlich eng ziemlich katerotisch aber gut so borschung ist gleich wieder fertig können wir dann auch erstmal einstellen da brauche ich keine produkte mehr wegkauen ok jetzt scheint es zu laufen langsam so forschung abgeschlossen zwei haben wir noch kann man mal gucken in unserem bauplan bearbeiten wir haben jetzt das hölzerne gehäuse und das plastik gehäuse auch weniger wir können das erstmal kurz wegschmeißen alles so unweltschonend ist es nicht fragil ist aber und die lärmerzeugung ist gering und hier ist es halt die frage das gewicht und die ökologie ist dafür vorteilhaft beim holzernen euch wird dann schon fast das plastik gehäuse aktuell bevorzugen unabhängig von der form hier hier ist das hier ist das led-felder arbeit und der neu weil das wird hier nicht reißen brauchen wir mindestens 2 davon wie gesagt wir bauen erstmal alles aus Kleiner Speicher werden wir brauchen. Kann man dann sogar schon zwei holen, das ist nicht schlecht. Hier haben wir Schaltung noch, die Logik Schaltung. Na klar, das muss natürlich so schön geformt sein. Wäre aber schon nicht verkehrt, da bist du schon besser als die Konkurrenz. Batterie-Pack ist das selbe. Na gut, sieht doch langsam nach, was das rauskommt. Geldmittel gehen aus, das mag ich noch für zwei werden. Produzieren fleißig und das läuft. Oha, jetzt haben wir genau die richtige Produktionsquelle gebaut. Wir kommen vorwärts. Gut, wir können ja schon mal überlegen, was wir dann brauchen. Wir brauchen auf alle Fälle kleine Registraturschalter. Na gut, wir müssen erstmal gucken, was wir bauen wollen. Was es für ein Produkt sein soll. Vorher macht das ja keinen Sinn. Dann müssen wir dann noch wissen, was wir herstellen müssen. Überlegen. Bitte halten. So zu machen. Beides brauchen wir ja nicht, weil hier ist ja die Manuial drin. Wir brauchen immer eine Art von Webinarra. Oder zum Beispiel so. Oder zum Beispiel so. Das war's für heute. Quark. Und das mal so. Kommt die hier noch mit dran? Klasse. Nein. No? Es muss da bleiben, ok, lassen wir das so. So ein bisschen Platz hier langsam machen. So, ja, machen wir das so, dann haben wir wieder ein bisschen was geschehen. Die brauchen erstmal noch nichts, weil die es alleine schaffen. Da oben staut sich gerade wieder alles, weil es hier ein bisschen nicht vorwärts kommt. Hier ist nichts mehr drin. So, den Verkauf stoppen wir erstmal wieder. 19.000 schon, schön. Wir brauchen was anderes im Logo. Wir brauchen es hier. 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 Ja, läuft doch. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt wirklich so in kurzer Zeit nach oben schießen. Auf dem fehlt der Rahmen. Wir haben nicht genügend Drehrahmen. Wir haben nicht genügend Drehrahmen. Wir haben nicht genügend Drehrahmen. Wir haben auch nicht genügend Drehrahmen. 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 Noch da hin. müssen wir jetzt wieder mehr rahmen haben los kann er denn nicht lagern ist nicht verstanden so vorschau nur noch ein bisschen nee der will kann ich lagern dann fehlt wirklich bloß der rahmen wir haben mehr rahmen na gut hiervon auch schon zu wenig rahmen hiervon brauche ich auch einen zweiten definitiv dann eine zweite bastelbank und wieder zwei ecker so 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 und ihr werdet hiervon gefeuert mal gucken ob der noch mit rankommt müsste klappen ja okay das heißt kann ja bloß die andere merkmal konnte es ja nicht bauen ne konnte das nicht schalten oh schon abgeschlossen jetzt ist noch das die gehäuse dann können wir mal gucken was wir uns schön zusammen bauen und dann können wir darauf aufbauen und dann können wir 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 aufbauen und da ist es auch was so die letzte forschung und dann müsste es laufen Ah, der Marktanteil geht langsam runter, obwohl die Marktwertigung nur 5,0 ist, aber Pocket Computer haben wir halt noch einen Taschenrechner haben, aber das fällt halt noch ein bisschen. Mal gucken, da kann man da wieder ein bisschen was verkaufen von dem Zeug, wenn es zu viel ist. Aktuell machen wir ganz schön Minus wieder. Werft mich grad wieder, Gewinnmarge ist ziemlich eingebrochen. Hm, müssen wir mal gucken, wie sich das noch entwickelt hier. Die beiden werden dann fliegen, sofern wir das fertig erforscht haben. Kann ich die später wieder einstellen. Wir müssen schließlich gerade ein bisschen Geld sparen. Wir müssen hier mit dem Geld loswerden, geht das so runter, so massiv. Na gut, auch gleich müsste ein bisschen was kommen. 9,5, ok, gut. Mal kurz gucken aufs Produkt. 10 Stück verkauft. 10 Stück verkauft. Jawoll. 165 Einheiten wirklich ersaugt. Gesamtursatz immer noch 8.000. Marktanteil ist natürlich immer noch mega gewinn. Und die Produktion läuft. Wie gesagt, wir warten das noch auf die Forschung nach. Dann gucken wir mal nach dem Ausbau. Und so. Mal kurz um zu sehen, ob wir es können, ob es klappt. Eigentlich derselbe Zeitrhythmus, 23. Ja, derselbe Rhythmus. 13.000, na sehr schön. Ob es ein Stück verkauft. Ich weiß nicht. Ach, Kitty ist gar nicht mehr im Stream. Der kleine Martin ist hier noch drin und schaut zu. Verstehe. Ja. Beziehungsweise zockt selbst nach dem Stream einfach mit nebenbei laufen. So wird es wohl eher sein. Na fein. Gleich geschafft mit der Forschung. Wir sind schon in Jahr 2, okay. Eintrag dauert 15 Minuten Sekunden. So. 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 Ich habe es schon in Jahr. So. 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 er kommt noch das letzte forschungsstück und dann gucken komm schon jetzt muss das leise mehr zeigen würde passen so meine forschung ist jetzt abgeschlossen ok dann gehen wir auf unsere werfe unser bauplan bearbeiten gucken wir noch mal nach dem gehäuse was hat das metallgehäuse ist zwar schwer abwärme ist besser fakilität ist besser aber es ist halt wirklich fragilität und abwärme deutlich besser bisschen schwer war aber egal ich würde das fast nehmen statt dem led-feld kommt die led-matrix und erst mal nur eine rein datenspeicher haben wir kleine die machen wir gleich dann haben wir die logik schaltung wenn wir bei schweißen hier hin bauen muss man den batterie pack gucken ach batterie pack braucht der gar nicht der brauche nur noch speicher aber es ist noch nicht verkehrt wenn er eine batterie packt oder die brauche halt nicht zeigt halt nicht an dass das leistet auch nicht okay dann lassen wir das weg gucken wir mal nach logik schaltung haben wir noch eine oder eine rechenleistung und dann könnten wir hier theoretisch noch sehr starker speicher das noch mal entfernen das so bauen ändert nichts okay ich merke schon so jetzt mal gucken was hätten wir vorhin vorgeschlafen schlagen ich muss mal kurz scrollen achso wir müssen ja noch gucken also noch welches was wir nehmen das ist ja der ist ja nicht tragbar der hat also kein akkuleistung also eigentlich müsste er hier sein und dann würde das ding heißen den steinkert das ist ja ein handcomputer das ist das shit ppc portabel ppc portabler pc so entwurf feichern so muss man jetzt gucken was wir dafür brauchen so muss man jetzt gucken was wir dafür brauchen wenn wir den jetzt bauen wollen den natürlich nicht an wo kann ich denn das jetzt sehen wir brauchen vier kleine registerspeicher wir brauchen vier kleine registerspeicher um registerspeicher zu bauen die jahre nur zwei stück ach so kann ich auch drin muss ich mal gucken so 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 zwei registerspeicher so dafür brauchst du leiterplatten und plastikteile das können wir schon mal sagen der warneingang achso warte halt wir kriegen jetzt hier den warneingang und den aus na ja der ausgang ja fortieren der ausgang ja fortieren der ausgang ja fortieren warum machst du das nicht der ausgang achso wir können schon mal sagen dass dann ist das das Laster und Elektronik Teile Plastik Teile Plastik Teile die plastik Und so, 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 so. Dann haben wir das. Dann haben wir hier auch noch mal Elektronikteiler. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann haben wir die Schaltkreise schon mal. Dann haben wir die Schaltkreise. Dann brauche ich die Logistikschaltung. Logikschaltung. So rum, pass auf. Was braucht der? Der braucht genau dasselbe. Könnten wir überlegen. Der genau dasselbe braucht wie die hier. Das wir hier ein Regal austauschen und dafür wäre besser. Ok. Hier lieber ein großes Rückgreiber. Warte mal. Hallo? Spiel. Ich höre die Musik. Programm antwortet nicht mehr. Das ist jetzt ganz bescheiden. Ich hoffe der hat Autosafes gemacht. Aber ich habe nicht gespeichert. Das wäre ganz blöd. So, ich gucke mal was hier los ist. Moment. So kurz weg. Ich hoffe der hat gespeichert. So ärgerlich wenn nicht. So recht ärgerlich wenn nicht. Jetzt müsst ihr gleich das Bild wieder bringen. Moment. Das ist. Da bin ich auch wieder. Jetzt sind wir fortfahren. Mal gucken wo er gespeichert hat. Okay. Wunderbar. Er hat also zwischendrin gespeichert. Okay. nicht so nah dran wie ich kann. Lass doch mal los. Scheiss. Bravo! Wir machen das ja alles nochmal raus. Okay. Ich werde das Rekade mal kurz wegstellen. So jetzt brauche ich noch mal kurz gucken. Die haben Plastik, Metall. Achso und einfach Schaltung braucht der. Der hat Plastik, Metall und die Dinger. Das heißt Plastik, Metall ist gleich. Der hat nur Plastik. So könnte man auch sagen. Zum Beispiel so ein Regal nehmen. Und Windsteller. Da. Dann könnte ich sagen. Also das kann man schon mal so lassen. Das kann man. Und sagen wir mal hier. Da. 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 Da hin. Und die fertigen Teile. Liefert ihr hier hin. Braucht ihr der Plastik. Und der braucht ihr Plastik. Das heißt. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Eure fertigen Produkte gehen dann. Hier rein erstmal. So was braucht der noch. Wer braucht dann. Diese Dinger. Genau. Und die kommen von hier drüben. von dem Lager da hin. Okay. Haben wir. Das heißt. Wir haben jetzt das. 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 Und wir haben jetzt noch die. Die Sachen. Gut. Damit hat der alles dran. Der hat theoretisch alles angeschlossen. Bei ihm haben wir. Das. Das. Und die einfache Schaltung. Das müssen wir noch mit anschließen. Die haben wir hier unten. Die würde ich dann auch einfach mal sagen. Dass wir die aus dem Regal nehmen. Und hier mit anfügen. Dann haben wir das so. Und dann ist auch die einfache Schaltung mit dran. Müsste passen. Vorerst. Mal gucken. Okay. Dann. Bauplan. Okay. Dann haben wir jetzt. Das abgebaut. Das abgebaut. Das heißt. Wir brauchen noch die LED Matrix. Halt. Die LED Matrix benötigt. Ah. Hier. Okay. Also die laden. Wir brauchen noch die LED Matrix. Ah. Okay. Also die laden. hier drinnen. Okay. Also wir könnten dann noch sagen. Halt. Wie ist das? Die LED Matrix bauen wir jetzt. Das ist das. Ansetzen. Hier bauen wir die LED Matrix zusammen. Das heißt. Wir könnten nochmal hier machen. Und nochmal hier. Dann nehmen wir nochmal so ein Regal. rein. Dann sagen wir hier jetzt gern die LED Matrix und die LED Matrix. Gut. Dann haben wir hier. wieder. Die versorgenden Teile und ihr liefert hier wieder rein. Das heißt. So eine Portion kommt auch da mit rein. Das kommt hier mit rein. Und. Und. Hier bauen wir die LED Matrix. Hier bauen wir die Matrix. Die bauen wir ebenfalls da rein. Dann ist das da drin. Okay. Okay. Und dann brauche ich theoretisch nur noch die. Montagestation. Okay. Wir können dann sagen. Wir bauen hier. Die PC. 1. 1. Ach. Das Gehäuse fehlt noch. Halt. Das Gehäuse haben wir noch nicht. das Gehäuse fehlt noch. Weckstellen. Das habe ich scheinbar. Gänzlich vergessen. Halt. 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 Das, 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 Metallgehäuse. So, wo kann ich Metallgehäuse herstellen? Okay. Bestimmt wieder hier. Metallgehäuse, Metallgehäuse. Genau, wieder ein Basteltisch. Gehen wir mal so hin. Watt. Metallgehäuse. Metallgehäuse. Weißt du brauchst Metallplatten. Plastik. Und ein einfaches Gehäuse brauchst du auch. Okay. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir das nochmal raus. Und hier nochmal ein Tischchen. Gehäuse. Gehäuse. Das ist so geil. genau Wollen wir hier das Einfallgehäuse noch, der Bob Plastik. Dann kriegt der Plastik, ok, und das Einfallgehäuse wird hier zwischengelagert, was er als Grundlage hierfür dient und hier braucht er nochmal Metallplatten. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal Metallplatten bestellen, ok, dann haben wir jetzt theoretisch alles beisammen, Ton und Lead auf theoretisch, und wir könnten, hier ein Chit PPC bauen, genau, und wo haben wir jetzt Metallplatten, kriegst du von da hinten. Kriegst du dann von da hinten eine Teilplatte, ne? Genau. So. Wollen wir hier nochmal, wir können hier nochmal ein mittleres Egal bauen. Vielleicht sogar, oder? So. Lass das mal so bauen. Genau, das da hin, das da hin. Da hin, da hin, da hin. Ok. Er kriegt die Metallplatten, liefert sie da rein. Du da hin, du da hin. So, dann hast du hier schon mal das. Dann könnten wir uns das hier auch schenken und sagen, alles was die hier fertig liefern. Doch, wir schieben das da hin und von da aus wird's da hin gebracht. Und damit müsstest du auch alles haben, oder? So. Was fehlt mir denn? Teilgehäuse, ne? Teilgehäuse. Wir brauchen noch eine Transportstation. Ein, dass die den Wareneingang hier abkehrscht. So. Und die andere. Hier tätig wird. Da wird's nicht, da bauen wir sie mal hier hin. Okay. Dann gucken wir mal. Warum hapert's hier noch, das verstehe ich noch nicht. Du kriegst die Plastikteile, du kriegst das. Achso, euer Ausgang fehlt noch. Haha. So. Dann machen wir das. Ich mach' erstmal an jedem Tisch erstmal ein. Was können wir da noch hochfahren, wenn wir's brauchen? Und bei fast hier kommen schon fast zwei Bauern. Was? Willkommen im Chat? Sind wir irgendwie geflogen? Wie macht geschmückt? Ne, alles da. Witzig. So. Dann gucken wir mal, wir sollen jetzt mit den neuen Produkten 5000 verdienen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Mal schauen. 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 Mal schauen, was wir immer gewünschen. Mal schauen. Mal schauen, wie ... Ja, jetzt hat sich auch Stream Deck wieder gefangen. Ziemlich komplizierte Produktionsstraße, aber scheint zu funktionieren. Die Lager sind jetzt schon voll, das ist doch toll. Die Lager sind schon voll, das ist doch toll. Was hat denn der mit den Metallteilplatten, um geht das denn nicht? Wieso gehen die Metallplatten nicht? Der kriegt die Metallplatten von dahinten, muss ich dir sagen. Ach so, da sind die Metallplatten nicht verbunden. Na gut, probieren wir es nochmal. Wer macht das jetzt ja mit? So, jetzt müsstest du das ja mit den Metallplatten dann auch klappen. Und genau. Wir müssten ja gleich die ersten auslaufen, was hast du mir zu sagen? Okay, ist erledigt. Erledigt. Laufwege vor kurzem Jahr weiß ich. Alles gut. Die ersten PCs werden fertig. Wunder. Wunder. Wir fangen dann schon mal hier wieder an aufzustocken. Wann ist der Verkauf? Noch ein bisschen Zeit. Noch ein Tag ungefähr. Mittlerweile 39 Arbeiter, die wir haben, die wir hier beschäftigen. Willkommen. Es wird langsam. Es hat sich wieder hier so komisch eingehangen. Bleibt doch mal hier unten. Höre auf. Selbst sei lieb. Genau. Na komm. Verkaufer. Oh. 4,8. Ach, haben wir schon. Umsatz da mitgemacht. Rechen-Shit und Pocket-PC. Vier Stück verkauft. Marktanteil 13%. Genial. Noch eine Woche und dann haben wir die Einnahmen drin. Er kann grad nicht lagern. Warum kannst du nicht lagern? Doch, jetzt kann auch. Jetzt kann er da ran. Jetzt läuft es. Jetzt haben wir gleich die Aufgabe erfüllt. Hat ein bisschen gedauert. Weil ich es halt ordentlich machen wollte. Aber es läuft. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. So, der letzte Tag läuft. Dann haben wir die Quest auch erfüllt. jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Wow. Dieses neue Produkt ist so fortschrittlich. Es fühlt sich an, als hätte wir gerade einen neuen Planeten entdeckt. Ich bin mehr als begeistert. Wir müssen eine solide Produktionsleistung aufrechterhalten. Wir müssen eine solide Produktionsleistung aufrechterhalten. Also streben wir eine Produktion von mindestens 20 Einheiten eins beliebigen Produktes pro Woche an. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 20 Stück pro Woche ist eine Hausnummer. Eines beliebigen Produktes. Wöchentliche Nachfrage ist bei 20. Okay. Müssen wir mal noch gucken, ob wir das noch hinkriegen. Kann ich hier noch ein Grundstück kaufen? Natürlich nicht. Wir brauchen von den Dingern mehr. Zwei Stück noch. Von der Elektronik-Webbank. Können wir das kaum bestimmt machen. Kurz Pause. Zeit. Zeit. Er ist jetzt schon mal. Erst mal der Elektronik irgendwann. So. Dann können wir hier schon erstmal die Elektronik werden. Dann können wir hier schon erstmal die Elektronik wirken. Ok, das ist halt Quatsch dahin zu liefern, hätte ich hier lieber nochmal ein Eckregal Ok, das ist halt Quatsch dahin Ok 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 So, 42 Mitarbeiter bei der Beileihe. Jetzt, wo wir Fuß im Markt für Pocket Computer befasst haben, sollten wir schnell unsere Position ausbauen. Wir brauchen einen festen Stand. Da sollten wir unser aktuelles Modell mit dem besseren Modell aufpeppen. Vier Stufe, vier Stufe, vier Modelle stehen jetzt zur Forschung zur Verfügung. Öffne das Forschungsfenster und überlege gut, welche neuen Module wir verwenden sollten. Wir müssen einen besseren Pocket Computer herstellen als den, den wir derzeit produzieren. Sobald wir bereit sind, sollten wir mindestens 14 Stufe, vier Module pro Woche herstellen. Dann gucken wir mal in die Forschung. 120 und 130, was ist das? Verbesserte Batterie. Ob es jetzt nicht nötig ist, dann machen wir das. Forschen. Und was haben wir hier im Überfluss rumliegen? Ja. Ach, der hat immer noch die Aufgabe, der nimmt sich das automatisch von dort. Und wo nimmt er sich? Achso, ist das? Macht aber direkt automatisch. Sehr schön. Läuft da. Vier Stufe, vier Module pro Woche. Kaufen? Ne, fertige. Das ist die letzte Aufgabe oder was? Ne, vorletzte. Nächste Phase, Markt-Taschenrechner. Okay. Zehn Stück von den Computern schon. 31%. Läuft. Das läuft gerade. Richtig gut. Also finanziell kann man sich nicht beschweren, das ist gut. Wird immer günstig, den Produktionszweck mit Eimer komplett aufzubauen und danach laufen lassen. Ich denke mal, den kann man auch noch optimieren, dass hier ein bisschen zu viel doppelt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir brauchen wir für die hier haben wir selbst eine station hier oben es f f f f f f f f Und dann sehen wir uns schon wieder. Oh, das ist ja gut. Öffne das alles so ein. Boah und die Teile, da könnte ich sagen, wie das, das reichen wir hier weg. So die kommen hier ran, hier ran, sollte theoretisch funktionieren. Mal gucken. Hier ein bisschen Freiraum, dass die wieder hier weiter positionieren können. Na fein, läuft doch. So. 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 Oh, jetzt hängt der schon wieder hier an der Karte an. Plastisch sterben wir wahrscheinlich schon wieder zu viel her, finde ich das so sehr. Ja, so kann ich auch beispielsweise sagen, statt dahin, da und dahin, wenn sie es verkaufen, wenn sie es nicht dort loswerden, verkaufen sie es halt, mal gucken, ob das funktioniert. Oder ob sie das jetzt abwechselnd machen. Zumindest, weil es voll ist, bringen sie es gleich weg. Ich meine, das wird jetzt hier kein Geld bringen mit Master Leaf. 50 bringt das bloß, ob wir was da haben. Die Frage, wie viel brauchst du? Du brauchst 10 Stück, um 50 herzustellen. Und wir brauchen 10 Stück, um 50 herzustellen. Wie brauchen wir hier? 5. Ja klar, das ist doch viel zu mehr, viel zu viel. Ah, das ist doch perfekt. Wenn es da nicht hin passt, bringen sie es woanders hin. Das ist gut. 94.000 schon. Schön. Müsst du eine Funktion geben, aber wenn Lager voll, dann bringt es gleich zum Autoverkauf. automatisch in die Verkaufsregale. Theoretisch müsstest du hier immer mit dem Taschenrechner dabei sitzen und sagen, wenn du hier das Modul herstellst, oder wenn du das Produkt herstellen willst, wie oft brauchst du die Teile. Ach, jetzt schreibt das nochmal zusammen, was insgesamt gebraucht wird für einen. Okay. 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 Hier noch 33 schon verkauft. 60 Stück, aber lohnt sich. Ich brauche noch ein Grundstück dran, das ist mir einfach zu wenig Platz. das ist mir theoretisch noch ein Gehäuse. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann Werkbänke mit integrierten Lager. Super. Das wäre natürlich auch schön, was gleich so zusammengebaut ist. Die vielleicht ein bisschen größer sind, aber da alles gleich miteinander verbunden ist. Und bring es weg, wenn es zu voll ist. Verkaufs doch. Warte doch, mich das einfach mal zu verkaufen. Mal. Cool. borschung abgeschlossen das wird jetzt stärkere chip das sockel und so toll halt das nicht kommunizieren bearbeitung gehen und dann kleinere registerspeicher integrierte geschaltung und plastik teile das heißt wenn ich jetzt beispielsweise die raus nehme und dafür die einbauer könnte halt auch so was ist das na klar muss natürlich genau verkehrt muss sein man könnte es so machen hat zwar in deutschland mehr reichenleistung aber der speicher ist der speicher ist mau wir wollten ja eigentlich einen stärkeren speicher drin haben ja eher so hier ne so wäre das schon schlecht aber gleich zu dem ist etwas schwerer hat dafür deutlich mehr speichervolumen ist natürlich schon mal nicht verkehrt wo hast du dir der letzte forschungspunkt jetzt noch was ist die batteriezelle trotzdem module pro woche so das habe ich nicht wenn ich jetzt das fertigen möchte brauche ich integrierte schaltung da brauche ich wiederum erweiterte elektronische werkbank elektronische werkbank brauche ich das und davon sachen übrig woher liefert ihr ich wir haben schon integrierte schaltungen hier wird integriert ich stelle noch kinder ach so hier wir können dann sagen wir stellen da noch so ein ding her und ich ja ich 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 das da oben das ne la poste an das das da oben das 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 mal das brauchst du dennoch um das herzustellen und der stadt jetzt das ja ich mache überhaupt nicht gefällt mir überhaupt nicht aber gut mir fehlt noch der kleine modul macht das mal jetzt nicht aber warten den hof hier nicht nutzen kann mensch ja ja Da kommt überhaupt jemand ran? Das Lager kommt auch keiner rein, ne? Das ist jetzt richtig sehr. Mh. Forschung aus, läuft noch. Wieder noch fertige Module, das heißt ja erstmal beim Video, ich habe gar keinen Platz mehr, um da noch Module zu fertigen. Ja gut, man könnte, sage ich mal, diese Produktion dann einstampfen und sagen, wir lassen die da oben laufen, weil die mehr Geld bringt als die andere. Und baut die andere um halt, weil du jetzt die neue Opa hast, die mit dem PC ist. Aber ich habe halt Bedenken, dass mir dann hier eine ganze Produktion wegbricht, wenn ich das mache. Wir machen erstmal hier die Forschung fertig, dann können die beiden weg, dann haben wir ein bisschen mehr Platz, mal gucken wir mal, wie wir es am schlauesten bauen. Alles, was die hier nur für das brauchen, könnte ja dann wegfallen. Wir haben nicht genügend Material. Haben wir jetzt schon was davon produziert? Nicht wirklich, ne? Gut, also müssen wir dann gucken. Gut, also müssen wir einmal gehören. Ja. Gut. 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 Last lift. Ja, Unternehmenswert, ich denke mal. Der steigt gerade richtig schön an. Wachstum 10% in den letzten 10 Tagen, schön. Marktanteil 70% beim Teilchenrechner, okay. Und 20% dauert durchweg beim... Wir erfüllen auch längst nicht die Nachfrage, die wir haben. Wir können ja auch theoretisch gucken, ob wir den... Rechen-Shit. Arbeiten. Häuser. Ich mach das mal alles raus. Okay. Das ist schon mal besser. Einfaches Gehäuse ist besser als Metallgehäuse. Dann würde ich sagen, ist einfach ein Gehäuse. Nur noch das Beste. Da wir jetzt hier Speicher haben, können wir da auch noch ein bisschen was rausholen. Da kommt jetzt noch die... Na, wir gucken mal. Wenn wir die Forschung fertig haben, können wir mal gucken. Das heißt ja nicht, dass ich den... Anderen bauen muss. Das sind Produzenten, meine Transportoren und zwei Enderforschung. 50 Leute mit leider. Ich wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, einfach den Teilchenrechner zu modernisieren. Jetzt haben wir genug, um mal kurz Pause zu machen, das irgendwas umzubauen. Sofern dann die Forschung durch ist. Dann haben wir auch einen stärkeren Akku. Dann passierte Batteriezellen. Hier arbeite ich jetzt scheinbar keiner an dem Ding. denn zwar spann Nikolaos neighbours auf, dass... anderen ... ... Wir warten so lange und dann bauen wir das hier nochmal. Dann gucken wir nochmal. Wie gesagt, 13 Stück davon, 7 davon, also wir können die Nachfrage noch nicht decken, also die Nachfrage müssten noch ein bisschen mehr produziert werden. Hatten wir jetzt eigentlich noch irgendwas, was hier rüber ging. Immer so aus Interesse. Da haben wir jetzt alles selbst drüben produziert. Die Schaltkreise ging rüber, die hier. Da muss man nochmal gucken, ok, umsonst gut. Warum geht das Geld zurück? Na, schon besser. Forschung abgeschlossen, gucken wir nochmal rein. Haben wir noch Salz? Nein. Nochmal zwei Arbeitslose erstmal. Und dann gucken wir nochmal hier in das Zeichenbrett rein. Mit der Rechenschiff 2, bearbeiten. Da hat man ja gesagt, das einfache Gehäuse war das beste. Und so vergleicht hier das einfache Gehäuse. Wo halt das Metallgehäuse ist sehr schwerer, hat aber dafür mehr Platz. Können wir auch probieren. Jetzt haben wir nämlich verbesserte Batteriezellen. Damit schießen wir schon deutlich drüber. So. Dann haben wir hier eine LG Matrix. Wir könnten theoretisch auch noch Speicher anzufügen. Auch aber nicht. Der braucht ja keinen Speicher. Dafür aber hier nochmal eine Batterie. Guck mal. Zack. Dann haben wir schon eine ordentliche Batterie drin. Die großen Schallkreise. Rechenschütz. Und das ist dann die 2 würde ich machen. Dann ist Rechenschütz 2 fertig. Dann müssen wir mal kurz gucken, was wir für Rechenschütz 2 brauchen. Äh. Sehen wir ja hier gar nicht. Doch, wir ändern das auf Rechenschütz. Einmal auf der 2 ändern. So. Wir brauchen Metallgehäuse. Das bedeutet, um ein Metallgehäuse zu bauen, brauchen wir ein einfaches Gehäuse, Plastik und Metall. Mal. Also. Könnten wir. Was? Erstmal das umziehen lassen, um Platz zu sparen. So. Damit ist das erstmal weg. So. 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 Dann bauen wir das so. Metallgehäuse. Dann ist das das. Metallgehäuse. Metallgehäuse. So. 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 Dann haben wir das Metallgehäuse. So. Dann lassen wir das nochmal ganz kurz laufen. So. 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 Der Brauch. Wir können jetzt sagen. Der kriegt, der braucht, er liefert dahin sein Zeug, damit es hier einfällt, damit. So was braucht der, der braucht Plastik. Kommt das von bei, hier rein. Das heißt, du kriegst hier dein Metall und von hier auch noch mal das, wollen wir das auch noch mal summen, genau, da läuft das Material und zum Schluss bleiben hier die Dinger übrig. Okay, dann haben wir schon mal den ersten Part fertig. Das heißt, das nächste sind die LED Matrix. LED Matrix bedeutet, auch wieder, also vier von dem, der da der Klobedarf mehr herstellt, wir führen das aus für jetzt. Wie stellt ihr dann her? Ich gar nicht. So, brauche ich das jetzt hier eigentlich gerade noch gar nicht. Okay. Ähm. Wir wollen die herstellen, um die herzustellen, brauche ich, wie viel brauchen wir? nur eine. Wir kommen jetzt auf zwei, also brauche ich zwei Stück. Und dafür brauche ich Leiterplatten. Leiterplatten bekomme ich. Leiterplatten bekomme ich von hier. Können wir den Bau von da oben so lassen. Hier stellt ihr Leiterplatten her, ne? Wir können auch einfach noch mal so, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ne 1, 2, 3, 4, das müsste funktionieren. Und wenn wir jetzt sagen, halt, brauche ich das hier nochmal weg. So, hast du aber mal, können wir auch mal gucken. Und bestimmt noch Mitarbeiter, die arbeitslos sind, die sind besetzt. Okay. Dann haben wir die schon wieder eingesetzt. Und dann bauen wir hier die Leiterplatten ein. Ganz genauso bauen wie hier. Einmal. 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 Das wäre dann der vierte, würde ich hier hin bauen. Dazu noch ein kleines Lager. So. Dann sind das alles Leiterplatten. Dann ganz kurz hier drauf. Weg. 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 Ok, und wir wollen mit was, ihr werdet mit Plastik und Dörf ausgestaltet, also sprich ihr bekommt das so, und arbeitet gleichzeitig euer Ergebnis hier wieder rein, und im Umkehrschluss bedeutet das, das arbeitet dabei, so, genau, schauen wir mal hier rein, arbeiten tun sie hier, wunderbar. Dann haben wir das, dann haben wir die Leiterplatten schon mal fertig gebaut, so, was brauchen wir noch, jetzt haben wir das, dann haben wir die Leiterplatten 4 Stück, weil wir hier von 2 LED Matrix brauchen, LED Matrix konnte ich, LED Matrix da, nochmal 2, ich hätte daneben, kann auch schon mal weg, jetzt räume ich mal ein bisschen was weg, was wir nicht mehr so brauchen, auch wahrscheinlich, weil er hier noch mit dran hängt, oder? Jetzt kann ich bestimmt, oder? Kann ich jetzt? Ok, dann müssen wir das leer machen, dann ist es so, ist ja kein Problem, gleich zumindest, so, bauen wir hier nochmal um, wo ich Platz brauche, ok, so, das haben wir. Könnten wir schon mal hier erstmal da hinbauen, dass man das so darstellt, ob man da braucht, oder nicht eine andere Frage. Wir wollten jetzt nochmal 2 Basteltische bauen, wenn die so bauen, dann sagen wir, wir bauen die mal so, dann sagen wir, das ziehen wir nochmal weg, und, dann schauen wir, das ist dann halt auch ein Eckregal, das ist halt hässlich, so ein großes Regal der Kulon, so. So, dann bauen wir natürlich die hin, die hin, dann hier von befeuert, Ah ne warte mal da kommen erst mal die grüne rein, wie wird das jetzt? du brauchst die dinger led matrix, led matrix setzt sich zusammen aus einem led feld ach so ihr solltet led feld sein, ok gut, led feld, led feld, dann stellt ihr erst mal die felder hier, wenn ihr dann die felder seid, achso und elektronik teile werden wir hier, genau, setzen wir gleich wieder da ein die leute, dann haben wir die led feldung, ich glaub dann können die dinger hier weg, sofern ich es wegreißen kann, will ich noch nicht, jetzt haben wir das, jetzt bauen die aus den led feldern die matrix, so das ist led matrix, led matrix, die setzt sich zusammen mit dem led feld, das ist led matrix, jetzt kommen aus, den grünen teilen wieder, ich muss schon mal sagen, ihr kriegt, werdet hiervon befeuert, jetzt hiervon die teile, kriegt hiervon die teile, hier geht die grüne raus, das geht raus, das geht hier rein, und hiervon nochmal vom wahren eingang, so, man muss das auch, achso, im mund geht dann hier, geht wieder hier rein, ok, damit ist das auch geklärt, so, mitarbeiter nochmal gucken, da bestimmt wieder welcher ohne job gemacht, die sind jetzt auch wieder vertan, ok, ach guck mal hin, deswegen habe ich keinen platz, das war ein eingang, ja, das war ein eingang, ne, das war es weg, wenn wir das haben, kann man das auch auf 0 setzen, so, dann kann ich nämlich auch sagen, das ganze zeug in meinem inventar landet, ok, so kann man auch die chemie erstmal ausschalten, so kann man auch die chemie erstmal ausschalten, dann ist das, das schalten wir auch kurz aus, bis es alles wird gewährt ist, ok, dann stellen die her, das müsste funktionieren, wir haben halt nur noch nicht die Station zum transportieren, jetzt haben wir das gebaut, wir brauchen noch die Logik Schaltung, die Logik Schaltung, hier mit, die Frage ist, wie viel Logik Schaltung braucht ihr denn, 2er, Logik Schaltung setzt sich zusammen aus, das heißt, ich brauche nochmal, einfache Schaltung, einmal, einmal, dann gucken wir mal, ob wir da was haben, gehen wir mal weg, ach, ich müsste einen weiter ran, gut, dann bauen wir ihn hier, zack, dann haben wir das, das bringt ja auch nichts, wenn ich den Hirn baue, ne, dann gucken wir ja auch nicht ran, ok, dann machen wir das so, und ihr baut jetzt hier die einfache Schaltung, die setze ich zusammen aus den Steinen, ich weiß noch nicht, ob es reicht, 0,27, dann kriege ich erstmal nochmal ein, egal, so, ihr kriegt von hier, das, und vom Eingang das, und damit bleibt das übrig, das wird gebraucht für, das nicht, wofür brauchen wir diese Schaltung, braucht man für den Kram, ok, mitkommen, umsetzen, umsetzen, das wegweisen, ok, und das auch schon mitnehmen, da können wir noch nicht, hier hin, wauen wir das mal kurz auf den Markt, so, eine Teil bestellen wir noch her, die können wir wieder bestellen, der Rest kommt nicht, ok, wir setzen das Ding noch um dann was haben wir gesagt wir brauchen dafür eine einfache Schaltung und dann Logik Schaltung ist wieder mit Elektronikwerkstand das heißt Nummer zwei Elektroniktücher das muss so bauen ich wollte das hier perfekt dazwischen passen aber es hat nur wenig Platz ne und der Brau was braucht ihr dafür wir brauchen ja auch noch Plastik auch noch also wir können uns schon mal sagen dann liefert das da die da die da liefert der da okay dann haben wir die da schon drunter dann noch ein Eingang nochmal hier hin da ist das auch drunter das heißt es fehlt nur noch die Plastik das heißt Plastik war eine normale Werkbank ne die hier die hier könnte man gegebenenfalls gleich mal mit benutzen genau da kommen jetzt die Plastikplatten die können da bearbeitet werden perfekt wir können nochmal nach Mitarbeiter gucken die jetzt ohne Jobs sind habe ich aber gerade keinen wo man einspringen kann ich habe nicht neue tische gekauft Motor das heißt dann haben wir hier die Plastik dann entstehen die Teile damit sind die voll okay damit haben wir die Schaltkreise drin jetzt kommt noch die Batterie dran die besteht aus Plastikteilen Knopfzellen okay wir müssen auch nochmal Knopfzellen erstellen also zwei Knopfzellen am besten und noch ein Plastikbereich würde ich fast sagen so noch eine Knopfzellen und das mal so dann halt dann machen wir das nochmal auf Plastik und von der Verbindung her gehen wir drüber gehen wir drüber so dann haben wir da das Plastik drin sicher ist sicher jetzt die Knopfzellen Knopfzellen sind jetzt bloß mit der kleinen herstellbar also mit der hier mit der kleinen so das rutscht mal weg den reißen wir mal weg dann sagen wir schon mal Knopfzellen und noch eine Bank mit Knopfzellen sowie ein kleines Lager nochmal Knopfzellen so ihr werdet von hier befeuert das heißt der befeuert euch genau hier hier zurück ist das da drin und dann ist der nächste Part die Batterie genau die kann hergestellt werden mit und bastlertig heißt hier brauchen wir zwei weitere bastlertiger kann natürlich auch sein ich verschätze mich hier von der größte gewaltig so der greift den bereich komplett ab der greift den bereich komplett ab dann nehmen wir den noch weg und dann nehmen wir die große Batterie und dann nehmen wir den da hin und dann nehmen wir den da hin und dann nehmen wir den da hin so die kriegen von hier ihr material das heißt die Batterien gehen hier rüber was brauchst du noch du brauchst noch Plastik hier rüber genau und du schiebst das wieder zurück ok warum resakt der er kann nicht ach so der soll ja nur das Plastik rüber schicken und das kommt jetzt woanders noch hin ok dann haben wir das dann dürften wir sogar fast alles schon bald fertig haben jetzt bauen wir das da hin das hier hin noch mal ein Regal so so das heißt der liefert das da hin ups dann hast du das dann hast du das dann lieferst du ok was lieferst du ok was lieferst du das gehäuse fehlt noch ne das gehäuse ist hier unten und da so dann ist das Lager noch nicht voll dann können wir sagen hier wieder zurück und das so das 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 war zack ok das müssen wir noch mal kurz gucken mitarbeiter manager kann man mich nicht mehr wir haben sogar noch platz gespart allerdings mehr arbeitsplätze besetzt so müsste alles gesetzt sein kurz testen wir schmeißen den mal ganz kurz hier raus weisen neu zu hier nur zwei 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 gibt es dann hier bald irgendwie probleme den fehlen ihre platten die hier unten sind und die schaltkreise fehlen auch da habe ich aber nicht genügend zum herstellen wobei wir könnten noch sagen können wir sagen dann haben wir das dann brauchen wir hier nochmal eine das ist so eine meschale hier ist eine meschale hier noch eine mitarbeiter einstellen interessante bauweise ok was fehlt hier noch empfehlen die hier drüben herstellen wir haben auch nur zwei slots die werden hergestellt aus gucken wir mal dass wir das noch herstellen oder das weg das weg das weg wofür brauchte der die plastik war alles nur hier für oder hat nur die die plastik braucht er weiterhin okay das heißt wir brauchen hier nochmal wir von den normalen arbeitstrichen ach sie stehen auch schon hier drüben gucken wir die stehen auch schon hier da reicht aber aus ich finde die chips aber doch haben wir da nicht gesagt dass ihr die kriegt dann kriegst du halt da auch nochmal welche ja jetzt gucken wir mal ins personal so let's go und gucken ob das alles so funktioniert wird ein bisschen anfangsschwierigkeit geben so die elektronikteile erstmal nicht bestellen wir stellen gerade mal nur metall ok ja ja und die ich muss noch ganz kurz ihren arbeitsplatz verlassen mit ihr nicht länger mit irgendwelchen kisten umrennen die es nicht los werden können das dauert jetzt alles ein bisschen bis die produktion anläuft aber dann sollte es funktionieren hoffen wir es mal ja 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 wir haben ja theoretisch nichts wirklich geändert produktion läuft auch läuft wunderbar und hier ja ja das geht ja quatsch wieder an soo Plastik können wir machen Chemie können wieder an Elektroteile können an ok läuft hier noch alte sachen noch verkauft werden müssen noch alte sachen noch verkauft werden müssen ja bleibst du hier ist ja auch lang genug gedauert ja ja was ist denn das hier rechenschaft 2 läuft sehr gut es kommt mir vor als hätten wir erst gestern diese taschenrechner gebastelt und schon und schau uns nun an vorwärts und nicht zurückblicken versuchen wir mindestens 10.000 g pro woche mit taschencomputer zu verdienen die einen marktanreiz von 4.0 haben ich überlasse das jetzt dir ich bin gebeten worden an deinen workshops teilzunehmen und deine leistung bei den anderen unternehmen von gut county bekannt zu machen also stufe 4 an duftbier reichen reichenschaft 2 marktanreiz 2.8 plus warum ist denn der anreiz zu niedrig warum ist denn der anreiz zu niedrig warum ist denn der anreiz zu niedrig warum ist denn der so niedrig ob kriegst du den anreiz zu hoch Logik-Schaltung ist drin, sind die großen Batterien drin, ich verstehe nicht das Problem nicht, warum ist der Anreiz so niedrig, wie fortschrittlich die Merkmale deines Produkts sind, Kunden sind bereit einen höheren Preis für Produkte mit höheren Marktanreiz zu zahlen, wie soll ich den jetzt hochkriegen, mit Taschencomputern, das sind ja die anderen, die sind ja oben, das kann man nochmal werfen, arbeiten, hier hat Anreiz 4.2, gucken wir mal hier, so ist das, wir bauen nochmal alles raus, gucken wir nochmal von den Gehäusen her, Abwärme und Fragilität ist deutlich besser, Gewicht ist ein bisschen höher, aber egal, so LED-Matrix, wir hätten hier die Matrix-Bahn, dann hätten wir hier die Logik-Schaltung, dann haben wir hier, auch aber nicht, da weht keine Batterie, das heißt wir können hier Speicher bauen, ja, Speicher ist nicht alles, welche Berechenleistungen wir Schaltung haben, wer würde das haben wollen, ne, genau, da könnten wir nochmal ein bisschen Speicher einbauen, Anreiz 4.2, Bildqualität ist mies, wir müssen mal gucken, also wir müssen bestmöglich zwei von denen und zwei von der anderen, und dann könnte man hier nochmal, ja, guck mal, das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus, so, da haben wir Rechenleistung 08, Bildqualität 08, Speicher 5.0, jawoll, shit PC, 2.2, also von der Quali, hat er schon deutlich, der Speicher ist nicht ganz so viel wie der, aber dafür hat er die Bildqualität deutlich passbar, okay, wir müssen mal gucken, shit PC 2, wenn wir den jetzt bauen wollen, jetzt haben wir ja, der Unterschied ist halt, das bleibt, wir brauchen statt dem kleinen, brauchen wir den großen, brauchen wir den großen, brauchen wir zentrierte Schaltung, also das hier, das heißt, wir könnten den gesamten Bereich hier nochmal wegreißen, und nochmal komplett neu bauen, würde ich jetzt fast vorschlagen, wie wir es eben auch gemacht haben, das können wir mal kurz rüber, Platz sparen, dann probieren wir es nämlich genauso klein zu bauen wie hier, weil das hier nicht gehen wird, weil das ja eine Länge von 4, machen wir das nur 3, muss man mal gucken, oder aber man lässt die Leute über das Tor reingehen, so, wir räumen erstmal die Regale weg, das soll Platz haben, okay, wir nehmen mal das mal mit, und schalten das mal auf shit PC 2, damit ich sehe, was wir brauchen. Wir brauchen weiterhin das Gehäuse, und bauen wir das Gehäuse als erstes hin, so wie wir es hier auch haben, nur an einer anderen Stelle. Gut, wir könnten das ja so bauen. Ja gut, aber dann werden die auch wieder. Machen wir das so leicht versetzt, und dann könnten wir das Regalien bauen, so das ist ein Teil, das ist ein Teil, das ist das, und das ist das. Gut, gut, weg, 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 und weg. Die ganzen Verbindungen streichen wir einfach raus. Okay. Und dann könnten wir sagen. Ne, halt. Ihr werdet von dem beliefert. Das heißt, der Wareneingang läuft hier hin, wird beteiligt, das, das, die laufen hier rein, die laufen hier rein. So. Dann haben wir das schon mal drin. Wunderbar. Gucken wir nochmal rein, Mitarbeiter durften noch dabei sein, ne? Okay. Haben wir. Ähm. Genau. Das ist also kein Problem. Das Gehäuse ist da. Einfache Schaltung sind. Einfache Schaltung. Einfache Schaltung ist das da oben. Schauen wir mal raus. Die werden auch entfernt. ob wir noch irgendwelche anderen haben nämlich die ganze produktion in einem bereich immer und das ist dann denke ich mal ganz praktisch wir wollten jetzt produzieren einfache schaltung einfache schaltung noch so ein ding das ding wahrscheinlich noch oder kurz so einfache schaltung wenn wir auf zwei bauen brauche ich jeweils eine dafür da brauche ich vier mal einfache schaltung das heißt einmal 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 immer okay einfach schaltung so Jut und haltet nicht F2, das wird jetzt hier mit Material versorgt und gleichzeitig arbeitet jetzt wieder hier zu, dann fertig. Was braucht ihr dafür? Geteilteile, das heißt also Wareneingang geht hier drauf und ihr braucht den Chipset. Wie viele Chips? 4er. Wenn wir das erstellen, das heißt, das wären die nächsten 4. Das wären die nächsten 4. Gut, die einfachen Chipsets. Ja, leider Platten meine ich. Die haben wir hier gebaut, haben wir auch 4 ne? Ja, 4 Stück. 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 7 9 10 9 10 10 11 11 11 13 Ihr werdet jetzt hier mit Material versorgt, gleichzeitig schickt ihr euer Material wieder hier rein. So, das heißt, ihr braucht vorhin einen Eingang hier. Okay, und das bleibt da drinnen erstmal. Ihr braucht das hier, das heißt, das geht dann darüber. Dann habt ihr das hier und könnt damit erstmal arbeiten. Wunderbar. Dann machen wir schon mal Metall ist weg, nochmal Plaste weg. Die Dinger machen wir auch weg, damit man das nochmal laden kann. Dann nochmal verkaufen. Das ist da rein, haben wir auch. Auch einfach nochmal ein bisschen. So, das ist Verkaufen. Gucken wir uns mal bitte nochmal an. Wir sind gerade an einem Sonntag. Wir lassen uns ganz kurz laufen, dann ist das verkauft. Oh. 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 Das möchte ich jetzt auch noch nicht beenden. Oh. 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 ich habe es noch nicht umgestellt genau du brauchst dafür quatsch wir wollten es mit das herstellen wieder falsch gemacht die stellste her dazu kommt das als eingang so dass man hat theoretisch doch die plastik produktion mit zweimal so das ok erste produktion noch mal zwei herstellen noch 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 so noch 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 trauen wir das thema kurz weg könnte eng werden langsam hier mit dem platz ach deswegen geht es nicht noch 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 eine schade Die Chips werden nicht so bleiben, ach die hier noch, die habe ich auch nicht mehr, das heißt wir bauen die Array Chips, die muss ich noch besorgen, die Array, wir haben jetzt die Teile mit produziert, das haben wir, das heißt wir brauchen noch die LED Matrix, wir haben die LED Felder fehlen noch, dann brauchen wir theoretisch 4 Stück, oder du müsstest theoretisch die Produktion hier hochziehen, dass die gemeinsam an einer Stelle arbeiten und von daraus weiter verzweilen. Wäre auch noch eine Produktion. Es wird halt verdammt eng langsam hier. So. Die Array Chips und die Dinger filmen. Hier brauch ich die Leiterplatten, das ist ja das, was wir hier haben, das, das und dann steht das. Ich glaube halt nicht, dass das ausreicht, dieser Produktion. Und die Array Chips, kleiner Registerspeicher, muss ja auch noch die integrierte Schaltung gebaut haben. Ich finde einfach, das Haus hier ist doch jetzt viel zu klein, das hinzubauen. Kannst ja nicht nur einen Arbeitsplatz dafür verwenden, nochmal. Ich bin so gerade überfragt, wie ich das hier noch hinkriegen soll, platztechnisch. Ja. Nochmal gucken. Ich guck erstmal, die Arrays sind erstmal wichtiger. Kleine Registerspeicher, was brauchen wir? Kleine Registerspeicher, integrierte Schaltung. So, kleine Registerschaltung. Und das Promobiles, also das heißt, wir nehmen jetzt so eine, so eine. Kleine Registerspeicher, kleine Registerspeicher. Kleine Registerspeicher, kleine Registerspeicher. Ne, warte, wir gucken mal kurz an die zwei. Wenn noch Verknüpfungen sind. Ne, ok. So, wir wollen Eingang da mit hin. Was ist da mit hin? Und es fehlt halt theoretisch nur noch. Lassen wir es auch noch mit hin. Und damit sind die Kleinen fertig. Das sind die kleinen Registerspeicher, die wir fertig. Und aus dem kleinen Registerspeicher. Kleine Registerspeicher. Und integrierte Schaltung müssen wir noch bauen. So, die integrierte Schaltung. So, du brauchst das. Ich bin, du brauchst mir mal die Plastik Tunnel. Dann haben wir das. So. Und da auch mal muss. Ne, muss. Ach so, wir sind beim falschen. Hier, dann. Ich bin wieder festgefangen. Dankeschön. Was ist denn das hier ständig? Dieses komische weggefahren. Ich habe jetzt noch einen falschen geguckt. Ne. Ist schon richtig. Ist schon richtig. So. Kleine Register. Und das. Das heißt, das nächste ist der Register Array. Okay. Zusammen erstellen. Zusammen erstellen. Komm mal hier. Hier. Okay. Okay. Ach so, habe ich ausgehört. Entschuldigung. Ach so, habe ich ausgehört. Entschuldigung. Da hin. Hier kommt nochmal Plastik hin. Und das jetzt? Ja. Das, das, das. Das landet da drunter. Geh doch mal weg mit dem Kopf. Wir haben dann alles zusammen. Aber die Schaltung nicht wirklich, weil das, die Schaltung kriege ich ja nicht immer mal runter. Wenn ich jetzt das Ding auch noch bauen wollen würde. Ja. Dafür brauche ich die vorher. Okay. Könnte man vielleicht noch hinkriegen. Hier ist das Ding. LED Matrix. Ne. Kriege ich ja nicht mehr. Ich kriege ja maximal noch einen Tisch hin. Dann warst du da so hoch. Ja. Das heißt, ich würde jetzt mal hier noch die Kuppel. Und da. Ich möchte jetzt mal die Kuppel. Ja. Dann warst du da. Ich würde jetzt mal hier drauf. Ich schaue. Ja. Ja. Ich mache ja nicht mehr. Ich mache die Kuppel. Ja. Ich mache das Ding. Ja. So Schauen wir mal auf zwei rein So Das heißt, der wird hiermit, der wird damit versorgt Die liefert hier wieder rein Du kriegst hier einmal das Gehäuse Geliefert Dann kriegst du einmal diese Schaltkreise von hier oben, ne, hier Von hierhin geliefert Dann haben wir das noch geliefert Dann fehlt nur noch das hier hinten Okay Und das Müsste post auskommt sein Okay Das kann ich aber noch nicht wegreisen Zu viel drinnen Okay Okay Das Holz ist das Das ist das Ich bin schon Und das wird hierhin Und ich bin schon Ich bin schon Okay. Können wir es jetzt wegreisen? Jetzt können wir es wegreisen. Dann kann man kurzieren gehen. So, das kommt auch da reinschmeißen. Und diese... Nehmen wir da hin. Verkaufen wir sie nicht, sondern so arbeiten daran. Achso, ich muss gegebenenfalls noch Mitarbeiter umstellen. Okay. Personal. Und eingesetzt? Okay. 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 ich sehe doch schon mal was aus Ähm. Okay. Hier sehe ich jetzt Kinko zum Doppelzulagern. Hier sehe ich auch kein Konto. Dann schauen wir uns mal hier noch die Lager an. Hier ist kein Grund. Auch nicht. Hier auch nicht. Hier nochmal von jedem ein. Okay. Gut. Gucken wir, ob das so läuft. Ach so, warte ich vor noch bei der Mitarbeiter. Das hatte ich jetzt alle Tische weg. Wahrscheinlich wäre es eher günstiger, lieber mehr zu produzieren. Und dann Überstau zu haben. Und dann passiert erstmal nichts, dass du nicht liefern kannst. Ach so, Elektronen Teile brauchen wir auch als das. Das muss wieder da sein. Genau. Haben wir ganz vergessen. Chemikalien. Brauche ich hier oben Chemikalien? Also Elektronik, Metallplastik, ja. Chemikalien glaube ich eher nicht. War glaube ich nicht mit Chemikalien, wenn ich richtig liege. Ja. Na fein. Dann müsste es gewohlen. Mittlerweile 67 Mitarbeiter. Halleluja. Haben wir gut aufgeholt. Wir haben jetzt auch alle Aufgaben für diesen Erfolg geholt. Und die Kamera fällt wieder weg. Und die sieben sind dann, sag ich mal, sind wir gut vorwärts gekommen. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, denke ich mal, wird es Zeit. Lassen wir das für heute wieder mal beenden. Und vielleicht morgen fortsetzen. War ja ganz lustig, ganz interessant. Müssen wir halt vielleicht nächstes mal ganz anders aufbauen. Die Sachen. Aber ansonsten kommen wir jetzt gut vorwärts. Okay, Graz ist finanziell noch nicht so praller. Müssen wir mal noch schauen. Wie die Verkaufslage davon ist. Wollen wir mal kurz auf den Markt schauen. Mit PC wurde noch kein einziger verkauft. Keine Ahnung warum. Jetzt kommen die zu fertig. Die Wege sind halt lang. Das ist halt. Gut. Ich speichere nochmal. Gehe zurück zur Karte. Und dann wechseln wir zum Hauptmenü. Gehe zurück. Gehe zurück. Ich bin schon auf dem Weg. Gehe zurück. Ich bin schon auf dem Weg. Untertitelung des ZDF, 2020